Ey, der soll drangehen, Junge! Der angerufene Teilnehmer Tim, du kannst holen Der soll ankommen, der kleine Geschwätzer Ach, wieso kannst du nicht on, Digga? Ah, nee, du bist noch nicht Level 15, glaube ich Ey, Fake Files Der soll schon reinkommen Der soll mit dem Ding spielen, DreamHack, jalla Dennis, lass Ding, lass G-Mac spielen Wieso? Hast du gerade ein Handy neben dir? Weißt du alle deine Daten von Epic und so Dann geh mal auf, ähm, Ding Gib ein HTTPS Doppelpunkt Ja, wie, wie Epic Games Activate Code oder was? Nein, DreamHack.com DreamHack? Ja Ok, das Ding ist, verschlächt Und dann Fortnite? Ne, dann DreamHack, slash DreamHack DreamHack.com in der Hashtag Format oder was? Ja, genau das Ok, ja, bin drauf Dann gehst du da drauf, bisschen weiter runter Dann steht der DreamHack online OpenFuture in Fortnite Epic Epic Games Store Oh, Digga, warte, 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 warte Äh, Digga, ich muss erstmal ja was wir wussten hier wort stream der gas ist für eine scheiße weiter runter hier singen ab genau steht die make online open featuring fortnight epic games dort hier ist dings ich muss doch einschreiben also steht hier oder ja steht registrieren oder welches da irgendwie einfach cool oder was cool oder nicht doch doch warte ich weiß was alles gut das singen also ich weiß nicht wie es ausgeschoben hat aber es ging abweist ja einschreiben oder so alt ja ja das mache ich jetzt einfach ich bin kein roboter und dicks und drücken alter ja hier ist eine drücke lassen brücke hier ist eine brücke ich werde dich anmelden weil da gibt so da ist so einfach nur so eine seite da steht die mail adresse also von einem epic account oder wie ja da steht da da steht gleich auf welcher konsole du spielst muss halt bis hier eingeben der muss noch gar nicht geboren bin die ganzen schweißer los ist hier das muss ich gar nicht machen ich muss einfach nur fertig klicken dann einfach einmal fingerabdruck fertig ja auf die make online open steht da als überschrift ich habe keine ahnung wenn ich sehe auch gleich leer junger ganz kurz reiner wirklich gar keine ahnung wo ich irgendwas machen muss ich jetzt noch mal kommt mit raus ja so gmg.com fortnite format ja habe ich dann bist du da auf der google seite hast du mich fort anmelden machen einfach die epic games gehe ich einfach registrieren bist du bereits vor der jahre blablabla ja aber dafür muss ich habe epic games und ich habe zu sein aber egal google lade junge da die e-mail-adresse aber da musst du denken muss ich glaube ich kurz spielen wo das aussehen und dann wieder reinkommen ja kommen wir dann wieder in unsere party ja dann dann kann ich diesen einen nicht mehr talken dessen dass das ist das allein tut mir leid ja 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 schwarz fertig bist du aber keine ahnung was gott mein post oder soll doch bitte ich habe einfach irgendwas ein so falsch ich halte überlag ich denke bei iphone muss man sagen sie können das nicht spiel ich dachte das muss ist ob champ oder nicht ja dachte ich auch aber man kann spielen man muss nur so da halt anmelden keine ahnung ist auch übelkönig der gar ich habe gar keine auswendig starten sind oh mein gott das ist post ist richtig mach passwort ändern ja wo der post ist vergessen immer der wasser fahrte kurz ja ist so ist so zimt schick kurz für mich wieder party jetzt muss heute folgen was da steht da passt zurücksetzen ja ja ich mache denke denkst du 20 minuten ist schon oder 30 minuten vor schon ist aber wir können ja double key ist ja auch stimmt ja lass die ersten zwei runden tild oder so landen handeln ich habe jetzt einfach mein komplett aktuelles passwort genommen da gerne mal das nicht vergessen benutzt für alles gleiche passwort ne ich war das so ich benutze aber absolut für alles gleiche passwort bist du drin kannst du damit ihr wisst du 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 es du 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 Ich glaube, ich bin registriert. Ja, geh nochmal, spielen wir uns das hier. Hörst du gerade diese Musik? Achso. Moment. Ich schau mal schon. Ja, das hat's gut, das hat's gut. Ich hab's nochmal einen. Ok, das ist gut. Ich kann dich jetzt nur nicht auf Epic einladen. Ich kann dich jetzt nur nicht auf Epic einladen. Und auf den müsste er eh offline, deshalb. Ja, aber ich könnte dich auch auf Epic einladen. Ah, da bist du ja. Tim, hier hat TikTok gedichtet. Ah, da war ein Schwanzran in der Party. Ich denk schon, ich bin er zu machen. Das ist so. Ja, wenn du auf registrieren drückst, dann steht da so registered oder sowas. Oder registriert, was weiß ich. Ja, dann ist es richtig. Hast du safe alles geschafft? Ja, dann musst du drin. Du bist drin. Schon drin? Schon drin? Ich spürst nichts. Ich spürst du nichts. Ja, komm. Schon drin? Ja, schon drin? Ich spürst nichts. Schon drin? Ja, schon drin. Ich spürst nichts. als noch pc spieler werden ja man bekommt der übel leichtpunkte du kommst ja du bekommst topf top 25 2 punkte 24 1 23 1 22 1 21 22 22 übel schnell bekommst punkte 5 ja ja der wenn wir da in die halbfinals kommen das ist ja eigentlich übel weil das sind so zwei abschnitte ich weiß aber dass da tun sich die punkte irgendwie so zusammenrechnen dort also es gibt da zwei abschnitte jetzt und später nochmal und da rechnen die sich die punkte zusammen und keine ahnung besser als die beiden fordner das stimmte hat in die gast also wirklich was da ist in diesem trio turnier oder als einmal du bei welt muss ich oft gezockt haben da bist du einmal so abgang ich weiß noch wie du gewinn für mich geholt hast du ja ja da warst du ja ich hab das da haben sind wir haupt und hülsklappen ohne scheiß bitte lad ihn mal auf youtube hoch digga scheiß egal was jeder labern der wir unsere stimmen sich anhören ob wir uns ist mir so egal ich schwöre du hast auch ein das video auch geladen wo du big Man 2 sniper gefunden hast oder 3 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 5 3 3 3 Nein, zwei Chests, zwei Sniper und dann auch ganz unten lagen eine. Es war einfach tilted. Tiltet ist ja wieder ein bisschen da. Hast du, hast du gesehen schon mal Full-Zeit gespielt? Ich auch, Digga. Nein. Ich spiele schon seit Monaten mit dem Full-Sniper. Ja, ich geh immer mehr. Aber ich hab wieder Bock auf Tiltet. Oh mein Gott, ich bin übel nach oben, kommen. Ich bin ganz oben drauf. Justin schickt ihn auf den Clip. Ah, Digga. Ja, Digga, PC. Tschüss. Der übel aimbot gibt. GGs 1 in Chat. Er spielt Amar. Ich gucke gerade. Dennis, hast du Snap? Ja, der spielt. Dennis? Dennis? Hörst du, Tim? Ach, Snapchat. Ach, Snapchat. Ey, was ein Dorfköns. Also viele haben es einfach nicht. Ey, ich find's immer so geil, gell? Immer wenn ich zocke, irgendjemanden mit irgendjemanden Neuen oder so. Man fragt immer, ja, wie heißt du auf Insta oder so? Die sagen immer, hab ich nicht. Ich schwöre. Ja. Hey, isst du, gell? Richtig oft. Ja, Ding. Wie heißt du? Ja, ich heiße so. Woher kommst du? Ja, da und so. Hört sich normal an. Hast du Insta? Nein. Hast du Snap? Nein. Ist ja auch krass, Digga. Ist ja auch krass, Digga. Ich schick auch nicht. Was? Ja, Snap ist schon mies unnötig eigentlich. Ja. Manchmal überlege ich einfach mit jedem die Flammen abzusprechen, Digga. Hab ich mir auch schon so. Hab ich mal. Ach, aber da hab ich. Dann denk ich mir, ja, ich will einmal wenigstens tausend Flammen haben, Digga. Boah, bis ich tausend Flammen. Juiui. Ja, self, 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 self. Ja, pro Tag immer einen. Und dann jeden Tag, wo man sich halt Snap schickt, kriegt man eine plus. Ich weiß nicht. Es ist auch, kommt nicht unnötig. Ey, war so tief! Was ne Bilanz? 444 Spiele, 444... Un-schen, 444, 444 Spiele erlag. War so Schwitzer... Ich da war. Da war Martial noch Linkes. ja ich weiß ja da oder oder sogar noch weiter hier vielleicht weil ist jemand bei dir im haus ich habe einfach keine ich habe sechs ich habe 36 drei speichel sein es ist einfach so herzlich hier spiele abkauft die blick aufs reihe das brauche ich gar nicht mehr hab ich ihn gestorben ja ich werde von woanders sie haben ja was ist du hier soll ich soll ich blick aufs 3 ja jetzt können wir auch anfangen camp ich glaube ich träume schon ist schlecht wie vor 20 nein ja lass definitiv spielen so viel vertreten gelöscht du bist auch legende ja seit gestern kannst du auf WL angefangen zu spielen ich habe zwei games ich habe keinen bock mehr ich habe auch ich habe gar keinen FIFA mehr ich schwöre so ein bock ich auch ne ich schwöre mit Tim Rocket League der ist so crack digger meinst du ernst ja ist er das als du ja nein nein gib mir eine Woche er hat vorhin sein erstes Fliegtor gemacht zu comeback comeback was ist andere comeback 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 aber erstmal muss warten die das ja ich erst mal wieder runterladen du Knecht habe ich schon ich brauche das update ne wir spielen uns erst mal du turnier ne ne ich muss erstmal ein update laden ich bin so einer Robin Di i got what you like kaffee spiel du was was ihr könnt euch auch für das äh turnier registrieren ja halt die fresse ich muss ein update laden gegen pc spieler alle verschwitzt ey es ist so lächerlich gell dass einfach gestern fennig ich hab's dir so gegönnt obwohl ich keinen nicht mehr Ahnung davon habe ausgerastet ey lass mal hier weil hier kann man nicht ja ok dann box nicht was ist fertig genau aber äh geh zu mir dazu wo ich markiert habe nicht hier oben hin auf den Berg weil da wird jetzt ich kann mir nicht vorstellen dass er das hier geht er kommt auf den denn es heißt Carlos spricht mit das komplette schreit Karlsruf von Paul an nun wo er konzentriert und ein wir sollen aus denn es denn es hast du es sagt beide bei mir mhm hey Josh warum hast du dann dem gestern die ganze Zeit gesagt da soll ich auf Insta suchen der hat doch Insta den der Timer hast du in den Tor geschossen tsch 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 white sind die da raus oder pushen die dich so ok das ist ja gut ich hab keine AR halt Digga ich hab nur Tag und Auflade das ist ja geil mhm warte ja ich hab eine wenn du zu mir kommen würdest du ja Baba weil wir haben hier übel high ground Digga ich kann nicht was in das zimmer machen ich weiß nicht warum hab ich über Philipp geschickt der hat eh keine Anfa an fifa und was du darfst du ich hab zu mir das geschickt du wolltest eh keine Anfa an fifa komm erst mal her ich geb dir ein auf mich wo du kopf gehst ah ne auf dich auf dich auf dich auf dich auf dich wo im Haus Hallo ah die haben bei dem Händler die haben bei dem Händler die haben bei dem Händler einfach gemacht ja ich seh die ich seh die ich seh die unten an der Treppe da wo die Treppe gebaut haben ich hab halt nichts auf distance du kriegst mal die alten die Sniper die hier unten liegt die pampfe dich Schmutz Ey ja die Kimi kommst rein wo ist er diese unten die schwimmen da doch 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 wenn ich mich hier hörst du doch doch was ne geile Flagge Zimmer, lass mal auf die Zauster, wo du warst. Die waren unten, die sind auf jeden Fall geschwommen. Und so Felgen, uff. Und so Reifen, uff. Die Felschruchtel. Ja, die sind hier. Die Kamo. Gönn doch. Da unten, da unten. Timmy, du es, gell? Tschüss, tschüss, da unten ist einer. Alter, oh, los! Let's go, let's go, let's go! Lass pushen, pushen, pushen. Tschüss. Jo, Brand. Die Fekker. Die sagen, es ist aufschreinend, Junge. Es ist ein Auto, es ist uns auch auf jeden Fall. Soll ich Dominos spielen? Oder auf den Weg. On me! Hat der eigentlich nicht? Ah ja. Ich bin die ganze Zeit auf den Weg. Ich bleib dabei. Quick! Dead! Alter, ich fand es nicht egal. Macht, äh, ranked. Ja, ja. Okay, ich bin immer noch nicht eingerankt. Ich hab aber vier Siege und ich hab noch zwei Games. Ja, ein Ding da, ein Craggy eigentlich. Timmy, du. Ich nehm mir ne Tag mit. Ja, ich weiß. Dich brauche ich und die brauche ich auch nicht. Schade, Timmy. Ja, wo da... Das ist Ping, äh. Ja, ich gucke erstmal auf da irgendjemand das. Boah, Tim, dein Ping kriegst du. Bei den Reboot ran und Craggy ist eigentlich übel nice. Also der hat so einen neuen Spot. Oh. Ich weiß. Ich war direkt neben ihm. Ich weiß, das war so ekelhaft. Ich, ich geb den Sniper, du schmeißt komplett auf den. Der Arme. Boah, boah, boah. Oh. Sag ich, lieber das mitnehmen. Verlose, wir sagen, wir gut mit Tunnel Topping. Wie süß. Ich schilderst mal und guck, ob da irgendjemand war. Weil wenn da niemand war, dann können wir da noch looten. Und... Ich hab's nicht gewohnt. Ich hab's nicht gewohnt. Weil guck mal, da oben ist normalerweise immer was abgeholt. Ja, ja. Ja, alles gut. Oh. Timmy, bist nicht schon so? Ach so, ja, okay. Ich hab's nicht gewohnt. 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 Hier war niemand, Digga. Mache bitte deine Markierung weg. Die erneut übel. Ich hasse Markierung. Ich hab's nicht gewohnt. Alles gut. Ja, hier war niemand, glaub ich. Safe. Renn direkt hoch. Ich jobte kurz nicht. Wir machen gleich. Biggi und Tag und das. Und alle meine Metz-Hälfte. Und dann renn mal hoch. Was kam's? Was kam's? Äh, da oben in diesem Haus. Dieses ganz große Haus. Oben mit dem Dach. Da sind so, äh... Ja, die auch. 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 Ja, nimm lieber, nimm paar Metz-Kids mit. Dann können wir ein bisschen in Sony bleiben. Jemand, äh... Jemand schießt auf dich. Chichi, ich komm zu dir. Chichi, ich komm zu dir. Oh, loo. Er schießt jetzt auf mich. Oh, meinst du? Ja, ich bin rein. Ich bin bei dir. Carlos Fennig im Shop, die ist das, alle nass. Egal. Wenn er nicht fällen will, ist er boxen nicht. Ich komm mal nicht traden, also boxen nicht. Hey, hol dir... Verkauf doch einen und hol dir den. Im Shop. Ich bin komplett da drauf gerade. 31. Quakerling! 31 White, 31 White! Du musst ja raus. Nein, nein. Das weiß immer. 50 White. Das ist low, das ist low. Justin, was spielt ihr denn? Ich bin so ein Turnier. Ja, weil du nicht angekommen bist. Ich hab dir ja geschrieben. Schnell, ich hab dich dreimal angerufen. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Ja, kein Wunder, Digga. Ich hab... Was hast du? Was ist wichtiger, als an meinen Anruf zu gehen? Hey, der Bus... Ja, ich hab... Ja, Jack, mach's rein da. Wenn? Ach, Digga, ich schubsen gar nicht. Paul, sowas macht man nicht. Ey, Digga! Ich hab dir geschrieben. Ganz viel. Dein Handy war nicht auf laut. Hä? Hä? Hey, Leute. Paul auf. Let's go. Paul wicke, aber soll ich dir das gut, soll ich dir was Gutes verraten, Paul? Ich verrate es dir einfach auch, wenn du nicht antwortest. Hat er mich gestummt? Paul, sag mal, geh mal kurz ein Zeichen, ob du mich gestummt hast. Ja, was ist? Okay. Okay. Das Duo-Tonier ist später noch einmal. Ich weiß nicht. Oh, du kleine Auge. Also, falls du dein gebrochenes Herz wieder zumachen willst, müsstest du es mit mir spielen. Keine Ahnung. Ah ja, das ist doch, 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 das ist doch. Ach, ich weiß nicht. Ah, ich könnte es auf jeden Fall in Paul spielen. Je nachdem, wie er sich entscheidet. Oh, Digga. Ich schub's nicht alles hin. Ich mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Ich mach! Bei mir hat's komplett gelackt. Ich hat nichts gecheckt. Guck mal. Ich vereifere nur der Hillen. Dabei war bei mir nicht mal da. Nee! Aber irgendwas gemacht. War's Winkel-Treffer. Meiner, meiner. Ich auch noch eins. Das ist ja schlecht. Guck! Das ist es. Digga, wer lacht denn die ganze Zeit nicht? So viel Mühe hat sich noch nie jemand für mich gegeben. Der war übel krank, Digga. Hey, was hast du gemacht, Wolf? Warte, 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 Carlos, ich schick dir ins Creech. Was ist das für mich? Easy to me. Carlos, aber, Carlos, du musst aufs Detail an. Snaps! Ich war grad voll konzentriert, deswegen. Das war übel. Just, ich bin gold 2. Lets go! Ich bin auch gold 2. Ja, Carlos, auf geht's. Jala, einladen. ich bin einfach gold 2 ich bin einfach zu scheiße können wir uns jetzt den win holen und dann sind wir übel drinnen da olga ich hab gestern gegen justin und tim nur knapp gewonnen ich war so schlecht gegen justin und ich will jetzt spielen ich will justin ich will jetzt ist ein richtig krank geworden ey ich schwöre paul schlusser geteilt nein ich werde schon wieder gehen ja ach Tim Tim wenn immer in mir fickt du mein ganzes ne zu was hast du gerade gehört Tim ja das sind die das sind die das sind die das kann der Farm rein nein ich kenne mich hier kurz ein ach so ja wie machst du geredet pass auf hinter dir der bleibt auf dich eure arbeit jetzt oh fuck einer hat mich übel gefickt ja äh powerjuge ich bin ein gold tisch ich komme zu dir bei platte game trios non you ne 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 64 ey das ist mein erster das ist das stream game oh fuck ich bin nicht below ich mach kurz ein pulse action oh nein meiner 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 versuch zu mir zu kommen wir können ins Haus meiner komm ins Haus komm ins Haus komm ins Haus gg meiner okay sag noch ein meiner ach du nein ich bin ich renne in ihn rein und er gibt mir direkt einen headshot die runde war nicht spät hoch mit ihr aber ich bin halt auch seit gestern wenn ich so schlecht seitdem ich auch die haben irgendwas geändert ich höre dir was geändert ja ich weiß ja jetzt habe ich grottenschlecht egal das ist sehr sehr gut also platin die sauberung haben wir schon mal deswegen großer oh du bist so witzig ich hatte die enge break wie du sagen willst du die enge break ich geh hoch ja fliegen ja fliegen ein großer natürlich flieb ein großer alter carlos du hättest hören müssen wie wir uns gestern weg gewichst haben warum ey oh mein g der wert ist dort lacht schlecht ich hab so geheult macht sowas nicht Sinn also wir haben glaube ich alle geheult ach Tim wir haben einfach zu ner Party gesessen wir haben einfach zu ner Party gesessen nein hat er nicht guck ich erkläre es dir Paul wir haben gestern einfach so ein bisschen in der Party gechillt einfach so auf lustigkeitsbasis auf einmal ja Paul, Tim und ich auf einmal auf einmal wir reden so also das kam random für Justin ja irgendwann ich sag einfach so Digger aber ganz trocken Jaja es kam es kam wegen wir haben über Pascal Kischel gesprochen und auf einmal ich sag so Digger ich hab einfach mal fast ne Geld bekommen von dem weil ich die ganze Zeit gesungen hab Digger ey wir haben uns so weggefüsst gell Paul konnte nicht mehr der hat in der Party gehockt der lacht die ganze Zeit auf einmal der sagt chill ich kann nicht mehr spielen der ruft Niklas der ruft Niklas der erzählt sogar Niklas Digger das war so gestern war so lustig das war so lustig Digger und dann haben wir uns Flachwitze erzählt Digger und die waren die waren nicht lustig aber ich musste trotzdem lachen ich hab die nie gecheckt das war übrigens dem davor das war echt so oha oha wie viel hier landen Digger bin toll Hoppy der kommt gut Mitte Mitte ja ich bin oh Digger keins von ja der Hundesoden Digger ja alle in ein Haus Digger alle sind bei dir im Haus nein ja ich krieg keine Waffe die sind so schlecht du musst Auto färfen hab einen ja ZOTO was ist das? ZOTO ja komm ich wollte den boost holen ich wollte den Timo schenken der hat euch mal sagt ich konnte nicht schenken ja das gibt's nicht Timo was machst du eigentlich? ich hab auch mit Geld wo gehst du boost holen? ok wir müssen hier kurz mal im Haus Digger Paul limps in der Schiebe in der Anfänger ne der ist drin es ist so lächerlich Digger ich meine auf einmal nur wer hat mich gebammt? guck du mal äh nicht viel Tim wenn ich jetzt was sehe ok ich war nicht mal da Timo weil irgendjemand hat mich gebummt das ist es ich sehe einen in dem Haus wo ich immer da oben pass auf da kann ich aussehen da hinten wo du gelandet bist warte mal der geht grad glaub ich unten zum See äh zum Stand rauch mit dir Timi rauch mit dir Timi 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 versuch bitte großer komm mal drüben ich geh wegbaut ey der ey der hat mich beschubst Digga keine Ahnung Digga schön Paul schön die waren halt hinten ah oben oben einer geht auf das Haus da oben drauf wo ich immer lande äh ja da oben ich höre mal mit ja sorry ey Digger die sind soo schlecht gell ich guck kurz was die da machen ich höre die kriegen doch jeden Ball jungen das ja mach mach ah die kommen glaube ich jetzt zu uns ach du die kommen zu uns die kommen zu uns ey ich würde jetzt ich hab einen vorlegen die schaut ich dachte ich war ey ich war nichts bei dir ich wollte den ganz normal auf die andere Seite auf die andere Seite auf die andere Seite du bist so richtig mitte Sack 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 ey 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 Heute ich geh ich geh wir die sind nur 3 Sekunden wir facken die ja ich kann gar nichts machen Kalles fahr nach fahr nach fahr nach ey Justin und Tim haben mich so mit irgend soem Aufschlag auseinander genommen Oh ja, ja, wir haben den so gefickt, Digga! So krank! Aber, äh, gestern PS4-Turnier war so chillig. Paul-Wun! Ah, ich schnau weg, man. Schönen Timmy! Schönen Timmy! Ja, wir können ja... Timmy haut Erdribble raus. Ich will eigentlich nur in Endgame kommen, Digga, darauf hab ich gerade Lust. Mein George, ach du Scheiße. Gegen die Sieg, der macht halt so viel mehr Bock. Sie Goldstealer. Digga, so maximal schlecht. Das war einfach eure Schuld. Ganz einfach. Ich bin nicht mal gerankt, Jungs. Ihr müsst mich eigentlich gut ranken. Nein, ihr seid einfach Dark. Ja, Digga, aber ich... Warte mal, ich... Justin, Dennis, ich muss euch mal kurz stimmen. Jo, Boni. Timpede ist zu spielen. Ja, weil ihr... Bei mir stand, ihr seid geliebt. Ja, so ein Problem. Bei mir stand, Andrew was... Und überhaupt nicht zurückgekehrt. Ah, okay, trotzdem. Ich bin dran, Vorbild im Tempel. Ja, Leute. Ja, Leute. Wir müssen jetzt mal tippen, Carry. Ja, Justin hat mich gecaillt. Wir haben die erste... Wir haben fünf Games gemacht. Von Gottes Weis. Und ihr seid da. Dann hab ich Justin Carries. Digga, ich komm nicht in die Endgame. Ja, ich... Ja, ich... Dopp... Nicht genügend Spieler. Ja, ich weiß. Dopp... Dopp... Ja, ja. Weg, Dopp. Dopp... Optionen. Unser Einstellungen. Paul und Stummer, Justin. Ja, Justin. Wie, du kannst 15 Uhr Tournee nicht spielen. Achso. Für... Der... Ey, Junge, ich spiele das Tournee. Ja, wir spiel das Tournee mit. Wir spiel das Tournee mit. Egal, lass uns mal auf. Wir haben erstmal... Digga, aber ich bekomme Vibration ausmachen. Ja, ich sag's jetzt. Tschüss. Dennis, was hast du grad gesagt? Ja. Und Tim, ich sag dir mal andere Kameras. Boah, Digga, warte. Du hast grad so den Kunden. Ja, bist du. Ich war... Kennen keine. Achso, keine Ahnung. Nach... Nach 16... Ich glaub, das fängt direkt so 17 Uhr an. Äh, wo... Wo soll ich rein? Aber das ging grad bei denen, äh... Nee, drück automatisch. Rock it away. Ich weiß. Also... Warte, Carlo sagst du die? Carlo sagst du die? Ja, ja. Einstellungen. Versauf, versauf. Danach gehst du auf... Geh... Ja, geh am besten direkt aufs Dach. Ja, geh am besten direkt aufs Dach. Warte, auf Kamera? Ah, die gehen weg, die gehen weg. Ja. Der eine ist da abgezogen. Da hinten ist sie. Kamera wackeln. Habe ich aus? Ja. Ist er down? Let's go. Kamera wackeln hast du aus. Ja. Ah, Omi! Ja. Danach Sichtbereich. Ah, warte, warte. Hast du ihn für dich? Ja, stimmt nicht. Ja. Äh, warte, wie viel? 110 Grad. Nein. Ja, habe ich. Ja. Höhe 100. Ja. Winkel minus 4. Hast du mein Kopf gefickt hast du nicht? Ja. Starheit 0,5. Ja. Übergangstempo 1. Ja. Umdrehung, Inventierung habe ich an. Was habt ihr bei Kamera-Voreinstellung benutzerdefiniert, gell? Ja. Ja, ja. Es geht aus was anderes. Steuerung, also bleibt so, oder was? Ja, Steuerung kannst du auch ein bisschen umstellen, halt fürs Drehen. Carlos, hast du den Zurück-Set-Button geändert, damit du dich drehen kannst? Äh, das macht er noch. Und der ist auch Steuerung? Ah, Luft-Rolle. Und dann steht da Controller-Vibration. Mach der, äh, Dings, deaktiviert. Ja, deaktiviert. Vibration, Kontroll-Vibration. Ja, aber nur das Belegen. Tassenbelegung muss ich noch. Ja, aber nur die, äh, Dings. Ich weiß, Dings. Ja, äh, Dings. Ja, äh, Dings. Ja, äh, Dings. Ja, äh, 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 Kontrollen. Rechts und links. Ja, Rolle rechts, glaub ich, das war's. Ich weiß, dass er eins bei rechts und links. Ja. Ja, eins, glaub ich, so. Ja, ist recht. Weil, äh, weil... Aber wenn wir wieder geputcht werden, weil wir Kopfgeld bekommen, Jumann. Oh, freulich. Oh, Tamaama. Danke, Abi. Ich könnte jetzt... Ja, vielleicht nicht's nehmen. Aber, naja, das wär dumm. Ja, ja. Dann gib mal, dann gib mal den Big, dann gib mal den Big. Oh, ne, ne, ne. Dann nimm mal... Die Splash mit, dann kann ich die Sniper. Achso, ne. Ne, ne, ne. Guck mal, unter Ping an. Guck mal, unter Ping an. Aber, ey, ich, ich hab äh, gestern auch dicke Ping Drops gehabt. Wo ist die Sniper? Ja, warum ist's beim, ähm, beim 1-1 so, ey? Warte. Ich weiß es nicht. Bei mir war's aber... Ich, ich konnte gestern kein einziges Match Solo spielen. Weil alles geleckt hat. Okay. Geht weg. Uiuiuiuiuiuiui. Hehehe Tim wurd ge enckel-braked. So ein geiles Wort, gell. So ein geiles Wort. Einfach enckel-breaker. Ich wurd ge enckel-braked. Ih wurd beide ge enckel-braked. Er kennt mein Blasen, das Spiel seit gestern wieder. Uiuiuiuiuiuiui. Ich weiß. Ey, ich bin so schlecht. Aber, aber FT ging auch los. Was denn? Du hast dich gerade selbst geentwickelt. Ah ja, da hinten ist der. Vielleicht kriege ich einen Rift-Fisch. Na, der ist ja eh hier. Oder ich glaube, ich lass dich selber liegen. Nimm die Apule mit und wir fahren ein bisschen durch die Serie und so. Hold up, motherfucker. Rift-Fisch! Ja, Miner. Da war es Miner, ich geh. Ich muss ein bisschen Verwirrung stiften. Ja. Hä? 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 Oh mein Gott, ich lass mich nicht mehr. Oh mein Gott, ich lass mich nicht mehr. Der Zone ist hier. Ist besser, wenn du andersrum fährst. Fahr andersrum, fahr andersrum. Also, ey, ich bin ja auch noch, was du gerade gemacht hast. Du bist auch ganz nett. Aber ich hab das mal rausgelegt. Ja, egal. Ich hab den... Ja, fein. Ich sag mal so, ich kann nichts machen. 2 Minuten. Ja, ist genug Zeit. Weil die Map, wir sind richtig nah an der Zone. Kann sein. Goooool. Hä? Ja. Alter, das ist ein Klauter. Ja, ja. Ey, als ob das Tank drauf ist. Alter, ich hab ein Boot Tank drauf. Schönes Film. Ich hab heut'n Torwart gemacht. Äh, gestern. Ja, dann lass den Ding, lass einfach schwimmen. Toll, dass du gehörst. Ich hab gestern so einen Talk gemacht. Cringe. Na wun la. Na wun la. Na wun la. Paul, hörst mir ja gar nicht zu, du Hurensohn. Du hast gestern so einen Talk gemacht. Das ist schön. Du verdienst'n Orden. Nein, halt's Maul. Ja. Cool. Halt's Maul, ich bin am Ball vorbei. Dennis, denke ich nicht. Ich bin großartig. Auf uns, babe. Guck mal das Thorn. Ich bin großartig. 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 Wir müssen heute mal bisschen Turo spielen. Wir müssen mal ein bisschen Turo spielen. Also keinen Scheiß. Das ist ernst gemeint. Ja, nur mal müssen wir... Irgendwann. Aber die haben wir noch nicht gespielt. Aber die haben wir noch nicht gespielt. Warum geht die Schiefer laufen mit denen? Ich muss mal einen Autor. Aber wie auf Drogenpübel werden. Steine, oder so. Ja. Nein, nein, geht nicht. Nein, nein, geht nicht. Ey, bei mir Legs faller, büder. Achso! Ich hab die ganze Zeit so. Achso! Paul? Ja, ich hab auch grad... Ja? Ich dachte, er ist nicht gestoppt. Hä? Hä? Warte, was? Was? Ja, guck dir mal zu ihm sein Ding ein. Ja, ich weiß. Das war mal mit mir gestern durchgehend so. Das ist der Huf und so. Und der den Stein so so wenig. Es fährt einfach so reißig aus wie Irrenmann. Der Huf. Hä? Wo hast du das gemacht? Schau's aus. Saktikübeln. Wir drücken jetzt... Komm mal. Komm mal bitte. Komm mal bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Die Engelbreit. Die Engelbreit. Du musst grad die Engelbreit. Spiel die grad gegeneinander oder miteinander? Miteinander. Miteinander. Ey, Digga. Tebu. Weißt du. Du bist... Komm, die Engelbreit. Äh... Gigi, Gigi, Gigi. Ey, das ist so. I got bitches, they go. Hahaha. Shit. Aber im Public kriegst du es leider nicht drin. Doch, meine 101. Äh... 201. Ja, aber... Äh, ja, ja. Ich krieg 500. Oh. Äh, 450. Ja, jetzt wollten wir mit Fullwelfel. Ah, egal. Das geht jetzt mal raus. Fresh. Ja, mir fehlt noch Stein. Aber egal. Irgendwann ist noch ein bisschen Holz. Hab ich gehört. Ja, ja. Alter, ich hoffe, wir werden... Das kann ich mir auch weg easy food fahren. Ich schwöre, wenn wir jetzt direkt gewinnen, gern mit Tim. Ah. Nein, nein, Tim brauchst du raus. Komm mit. Lass mal hier unten an diesem Strand. Da ist noch ein Stein. Bei mir jetzt direkt gewinnen, gern. Schaffst du nicht? Wollen wir... Ja, wollte ich graus sagen. Wo? Lesen, hei. Ich weiß. Äh... Ey, ich kann den nicht stehen. Ich kann den Stein nicht abholmen mit der Heide. I gotta beat you. Ja, ist der. Der droppt da ne geile Waffe eigentlich. Aber das... 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 Wir machen da so viel... So viel Lärm auf dem... Oh, da hinten. Äh... Metal bin schon. Der, der wird gleich so auf mich springen. Ich seh's schon kommen. Den so... Ich weiß. Der... Der... Ich zieh so ab. Der Chillhai, wir lassen dich in Ruhe. Weil, wir schießen dich auf dich. Naja, bei mir ist er noch da. Oh, ein, zwei Schwaden. Oh, hab ich Bock drauf. Egal, lass... Ja, lass mal daran vorbeilaufen. Also, auch ganz außen rum. Oh, da sind noch zwei Impulskramen. Was sagst du eigentlich zu dem Video von... Ja, damit ich... Ich hab... Ich hab zwei... Du hast noch zwei. Da haben wir noch einen Rift. Der Werten für das Endgame übel, übel, übel. Guck mal, das ist doch lustig, ja. Ich hab mich so weggefüß. Ich sag, Tasty, guck in die Gruppe, guck in die Gruppe, guck in die Gruppe. Was? Ja, egal, 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 egal. Ey, man kann Snaps löschen. Nein, der ist nicht gut. Damit... Damit fällt. Ey, wie? Ja, ja. Du verschlechterst damit nur deine Sicht. Du gehst auf Chat, und dann den Snap, den du geschickt hast, und die Person, die du nicht geöffnet hast, kannst du einfach löschen. Achso, okay, dann komm doch mal. LOL. Save, dass du auch gegen den durch die Wände siehst? Ich hör mal, wo du schickst einen Schwarzpil an die falsche Person. Kannst du einfach löschen. Okay. Also, das wäre GG, Justin. Ja, was ist? GG. Warum GG? Von der Bicke. Weil du eine große Chance hast. Achso. Findet ihr wirklich, dass ich eine große Chance habe? Die Kanz. Das nun wieder versucht, Ani? Ja, 66 Punkte. Ey, Paul, warum kannst du eigentlich schon 5 Minuten noch machen? Äh, ich weiß nicht. Es kommt drauf an, wie lange ich unten bin. Ey, kann ich euch... Kann ich Ahoy joinen? Ja, klar. Ah, das wollte ich gestern noch zu Tim sagen, Digga. Äh, Einstellung, Länge, Profil, Profil. Ich lade dich ein. Und dann noch Klug und dann noch... Ich bin auch Lieder. Carlos, ich bin Lieder. Ich kann einfach nicht zu viel. Ja, geht's wegen. Das war ganz außen rum, Digga, oder? Oder Aoy weiter. Ja, will nicht so ein Cracked Endgame, aber das wird... Ey, soll ich ein Tor gammeln? Ich würd' sagen, wir gehen einfach ganz außen rum. Bis hier. Er hat... Ja. Ah, oder wir können auch durch. Wir halten das hoch. Denn wir haben ja noch den Luft. Also, die sehen nicht so schlecht aus, gell? Lawful Endo. Ja, gewinnen wir. Ja, los. Ja, ich hab auch nur ne Iron Attack. Ja. Egal. Ja, mit so geiler Techno-Items. Boah. Armin Akoyen, was machen die? Hä? Digga, Paul, ich hab mich kurz vorm Onkern, gell, noch mal ein paar Videos von Masty angeguckt, gell, direkt am Spock erfolgen. Ich auch, gell. Weißt du, es war so halb 10, ich guck so Masty, äh... Also Masty hat die Leute verarschen, die mir erst gespielt hat, wie Bob, und dann brutal, gell. Alter, hatte ich Bock bekommen. Aber dann... musste ich, äh, helfen. Mach ihn. Nein. Ey, Paul, was... Was musst du eigentlich machen, dass du später wieder offen musst? Trainieren. Ach so. Okay, machst du mit Nick was? Ich weiß nicht, ob der vorbeikommt, mir war auch egal. Wenn der vorbeikommt, dann ist gut. Ich hab ihm gesagt, ja, wenn du was willst, dann komm mal 4. Wenn nicht... Also, wenn ich allein bin, dann, äh, pack ich das Turnier um 5. Aber mit Niklas weiß ich nicht. Wenn Niklas so schwach ist, dann muss man mal... Ja. Nein, mit dem brauch ich immer länger für mein Training. Ist ja auch klar. Mit dem Pischer. Ich will kurz, ich will mir kurz... Voll. Schönes Ding, Bruder. AR Muni, ist ganz wichtig. Tim, stimmt gerade. Ein, das ist glücklich. Beide sind glücklich. Äh, Thomas. Der merkt schon, dass... Ah, er ist 2.8. Ja, ja. Ach, ich komm mal. Lass mal irgendwo, lass mal irgendwo... Ja, GG. Oder wollen wir hier das Haus replacen, weil dann können wir einen Stellen replacen. Ähm, Justin, Justin wollte ich sagen, aber... Erste Runde weiter. Rage quitt. Ja, weil wir verlieren ja keine Metzen und dann können wir hier bis hin. Ja. Weiter, gell? Ah, ich sag nicht. Weiter, weiter, weiter. Ja, jetzt hab ihr erst Runde weitergekommen seid. Hä? Nee. GG. Die sind Ding. Äh... Rocket Team, die erst Runde weitergekommen. Ding, jetzt sagt ihm mal Ahoi, ich will Ahoi, John. Ich hab Tim erzählt, dass da steht Ahoi, man hat so. Ich hab dich eingeladen. Ich hab dich eingeladen. Ich hab dich eingeladen. Ich hab dich eingeladen. In den Club einladen. Jetzt gehst du auf R2. Jetzt drückst du oben auf Benachrichtigungen. Ja. Aber hier oben sind keine Herzen. I'm in. Ja, Ahoi, John. Warum weiß ich Alki? Ich mal Alki. Ernst Alki. Ach, so heißt unser Team. Ach so. Hab ich unser Team genannt. Nee, Carlos hat unser Team. Ja, ich hab jetzt einmal mit Chiang gemacht, weil das... Metal und Stein haben wir eh genug. Club verwalten, Ahoi. Ich komm 32 durch Sting. Möchtest du bitte kommen? Ja. Jetzt sind nur wir Jungs. Ja, wenn du hochkommst, Digga, Steinsjubel. So. Was für Teamfarben wollen wir? Rot. Nein, ping. Nein, pingkarten wir Carlos. Hä, was für Teamfarben? Ich kann Teamfarben, weil wir alle zu dritt spielen und wir gegen anderen Clan spielen. Komm, ich mach uns einfach ganz weiß. Boah, ja, das ist gut. Oder schwarz. Schwarz wie die Nacht. Aber... Tim, mach doch mal deine Kackflagge raus. Sie macht mich aggressiv. Hä, ich mach dich aggressiv. Ich höre sie. Ich würde jemanden schützen. Mach dich mal bitte raus. Nee, Armsternacken, 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 Armsternacken. Warum eigentlich? Ja, los. Man kann nicht mit dem Schraiden. Man kann nicht, weil er... Weil er zu wenig Sachen hat, okay. Er hat zu wenig Sachen, klar. Ich würde ihm auch schenken. Aber der... Der braucht mindestens... Ja, egal. In... Ja, wir können hier bisschen noch checken. In... Inventar mehr als 500 Credits. An Wert? Ja. Ja, 500 Credits. An Wert. Ah... Tim, mach die Frage jetzt raus. Aber nach dem Turnier... Nach dem Turnier... Nach dem Turnier geht's los. Okay, Tim. Ich... Ich sag dir was. Gib mal auf deine Garage. Tim. Die Flagge ist weg. Ja, nein, 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 nein. Okay. Ich... Ich mach dir eine Tarnung jetzt, okay? Du gehst auf Lackierung. Ich guck kurz, ob ihr Ding ist. Bist du da? Auf Lackierung? Ja, wir können eigentlich move'n, Digga. Weil... Jetzt gehst du auf... Hochglanz, was da steht. Und gehst... Zu Perlmut Matt. Nee. Hast du Perlmut Matt? Ich hab... Was? Nein. Ich weiß. Oder Perlmut... Perlmut hat jeder. Perlmut... Perlmut... Ah, die schießen von oben. Ja, scheiße. Ich hab... Ja, gönn dir eins. Gönn dir eins. Gönn dir eins. Was hast du? Hochglanz? Ja, wenn es zu eng wird, machen wir wir. Die von oben sind jetzt nämlich runtergegangen. Metallic und seiden matt. Boah. Komm, komm, lass auf diesen Stein hier. Ja, ja, hier. Jetzt... Weil dann können wir ein bisschen... Wenn wir jetzt mit Stein uns einbauen, dann können wir hier jetzt noch steigen. Ich hab's dir gar nicht. Mach mal. Hast du Streifen? Ja, safe. Ja, ist gut. Ja, warte. Ja... Was hat jeder? Timmer? Streifen mit Mann? Mach da ein. Hä? Ja, weiter. Mach die einmal schwarz-blau. Oder... Mach schwarz-blau. Ja, mach schau. Also Streifen schwarz ist blau. Ja, in Rotation ist eigentlich. Schwarz ist streifen, guck. Ja, schwarz ist streifen. Und dann? Machst du blau oder lila, je nachdem wie du Bock hast. Ich hab's jetzt lila. Ich mach doch das. Und dann drückst du bei deinem anderen Auto... Bei... Team Orange. Also bei Orange. Drückst du jetzt auf Pink, wie deine Räder sind. Guck mal, was du mit der Song hier ist. Pink-Schwarz. Wollen wir riften, safe oder? Zeig mal wie's aussieht. Mach die Streifen mal schwarz. Ja. Ja, gleich, gleich, gleich. Jetzt drückst du auf Reifen. Verhältn, der wurde ihm gerade übel gelatert. Zweite Reifen! Cracker nix! Was? Ich will nix! Ey, hör gar nix! Schon wieder Cracker nix! Ich will nix! Wie heißen Cristiano, die Reifen? Boah, ich hab zwei Stück Cracker nix. Hast du sie? Hast du sie? Ey, bei mir hört man sich doppelt. Cristiano. Ich weiß nicht, wie man diesen Rift-Fisch benutzt, gell? Hast du schon mal gesehen? Oh, hab ich nix, gell? Cristiano. Nein, hab ich nix. Jetzt? Guck mal auf mein pinkes Auto. Die hier. Nein, 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 wenn die sich alle auf Rotation konzentrieren. Nee, hab ich nix. Warte mal, wo kann man hin, Digga? Machst du einfach bei dem blauen Auto, äh, pinke Streifen. Ja, okay. Dann gehen wir zum Auto passen. Oder nein, wir müssen hier in Zone. Wir müssen in Zone. Lass hier, 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 ein bisschen High-Gorn. Komm zu mir. Impulse dich zu mir hoch, oder so. Oh Gott, pass auf. Bist du fine? Ja, du bist bei mir, du bist bei mir. Hier, hier, hier. Hast du Minis? Okay. Okay. Nee. Ey, warum hast du die ganze Scheiße? Ja, du usest. Ja, von mir, lass von mir eine usen. Ich hab keinen Bock auf meine Mischli greifen. Ah ja, dann nimm... Ich hab nen Stern. Ja, Achtung, der ist da. Ich weiß, ich weiß. Wir nehmen von mir eine. Lass warten, bis die Zone schon ein bisschen weiter ist, als wenn die uns direkt am Arsch klebt, weil... Ja. Komm, Paul, ich glaube. Es ist halt... Die machen mit Holz, lass mal das raus springen. Genau hier, genau hier. Spann, Spann. Ja, okay, komm. Drei Minute. Drei Minute. Hey, Carlos. Ja? Warte? Drei Minute. Ich spiel dann bei denen hier das NFL-Projekt. Ja, dann nimm deine, nimm deine noch, nimm deine noch. Versuch zu mir zu kommen. Ich guck mal's mir nochmal an. Ich hab nur eine geile Dingstange gewinnt. Komm, komm zu mir, wir können dann nochmal eine usen. Oder willst du... Wollen wir laufen? Ich glaub, laufen wär besser. Ich hab noch ne... Ich guck mal, ob ich irgendwo nen Kill bekomme. Guck, ob du nen Kill bekommst irgendwo. Bist du bei mir? Du bist doch so bei mir in der Nähe, ich sehe. Ja, ich auch schon. Ja, wo? Ja, da ist. Hä? Ich seh den Namen. Ja, Paul, es sind drei... Drei geile Tangen sind. Oder vier. Alja. Wenn du so rechtes... Ja, 32 oder so. Ja, 32 Stück, Carlos. Zwei und 32... Ich dachte, du wirst direkt mein Weg. Kannst du nicht trennen? Nein. Okay, wann ist das nochmal im Sohn? Nein. Ich glaub ich will. Ich hol noch ein bisschen Bräsel. Der NFL-Projekt. Der ist jetzt voll unnötig. Oh Gott. Er sieht geil aus, war unnötig. Ich hab Heid, ich hab Heid. Ich hab Heid. Ich hab Heid. Ich hab Heid. Ich kann grad nicht. Siehst du dich da beim Fennek? Siehst du dich so beim Fennek? Siehst du dich so beim Fennek? Ich seh... ich seh mich so tief. Wir sind so für Fennek. Ich muss bis zum Unter. Ahhhh. Ich wollte gerade sein. Ja. Ich schick dir mal ein Video... Ey, wo ist der Tarnung? Der... Der in der Mitte raus. Äh, das ist... Black... Also ich schick dir ein Video... Die Tarnung. Ich schick... Die heißt Black-Eyes. Das ist schwarz, weiß und äh... Tückisch. Nee, komm mal. Naa, der gibt mir direkt Ketchup, Digga. Und den Aufkleber für das Aufkleber. Tschüss. Die sind um zu zweit. Die sind um zu zweit. Ja? Die sind um zu zweit. Ah, ja. Aber hier haben trotzdem die alle erste Runde gewonnen, also. Ja, ich dachte du bist direkt hinter mir, deshalb... Da hab ich die so Treppen gebaut. Wenn da noch welche reinkommen. Oh, ich muss mit Breit drücken. Nein, ich hab Müss. Hm. Ente wird vergewaltigt. Verdammt. So. Here come Santa Claus. Here come Santa Claus. Ja, die sind mal verschwitzt. Black-Eyes Tarnung. Fennec Rocket League. How to make Black-Eyes Fennec Rocket League. Ein Lokomach PERFORM. Tim, hallo! Heialloa! Tim! Háá, Tim! Was war das? Tim, was macht Tim? Was sieht dir wild aus? Na? Das ist noch keiner, das ist, das ist überwegt, wie? Es sieht dir wild aus. Das ist er dort geboren. Dann ist einfach wieder zu Canon die Schüler. Ich würde Dinge. Es sieht die wild aus. Die sieht das zusammen, Sie sehen aus. Ich bin so schnell aus, es ist zu Breit. Das ist es zu Breit. Warte hä? Hä? ist einfach unter 1370 der ist so heftig dass so ein kollege von uns der ist so heftig so ein spaß und schutz ich fühle die hat das heißt immer ein rot auf den fennig der hat vor kurzem jetzt erst 800 nix aber trotzdem auf den hohen kriegt das wieder dr mal ein genau gab ein paar schade da dr die so schocken werden Prozent sein wenn ich vorhin mit dem Töten nicht unterschätzen also wie er hat er erst drei games gebraucht auch eine Wettbewerb Ey, wir können mit dem Demo-Ding machen. Mitte, Mitte? Wolfie? Ach, kann man. Ich wollte ihn mit Unterseite touchen. Ja, Digga, die sind chillers. Ey, du hast Waffling. Ey, die Wolf, die gehen auf Demo, pass auf. Der hat keine Waffe! Ich krieg ihn nicht. Ist der Maze, glaub ich, bei mir. Nein! Hab einen, nein! Ihr Tiff, aber der, sein Maze schießt auf mich. Ey, Toil, Schlürger! Ja, ich bin down. Down, der hat Attack. Das ist so OP. Das ist dick OP. Ja, ich kann nichts machen, Digga. Ich glaube, ich bin wieder anrufen. Ja, egal, wir kriegen den Finish. Vielleicht kannst du mich... Timmy, Timmy! Ich will nicht den roter. Ja, die shakten mich, die shakten mich. Ah, Yono, sorry. Ich bin Demo. Ich will sagen, du rennst einfach ein bisschen weg, weil die Sinch halt ist safe die ganze Zeit. Wenn du ein bisschen weg rennst, dann sehen die ich nicht mehr. Dann kannst du von außen rum meine Rüebrüche... Digga, aber ich bin auch so schwule in die Mitte, gell? Tief einfach komplett ab. Geh oben auf diesem Berg zu DING. G luden, die fänden wir doch nicht. Geh, hast aber nie gedacht... Und dann geht komplett ausという Raum. Oh mein Gott! Zu mir,の, ZII壞にな LEGO Instrları pharmfrei Mörder! 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 Oh scheiße! Okay, lass die pushen wir jetzt mal. Ich spiele Battle mit dem einen! Wer zuerst nur... Er hat Bitten verlassen! Versucht ein bisschen weiter in die Richtung von meiner Karte zu gehen. Vielleicht kriegst du den Huren. Regel 1 oder was? Ah ne, was geht's denn? Paul, Regel 1? Das ist Regel 1. Du darfst es nicht. Jaaa. Du darfst es nicht. 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 Ist halt echt so. Sogar im E-Sports kriegst du das. Ich war nicht. Soll ich hin? Ja, da muss er auf einmal wieder sprayen. Du musst zu finishen. Geh in die Mets! Geh in die Mets! Stark! Egal, egal, egal. Alles gut. Du hast wenigstens noch 5 Punkte. Paul! Hey! Paul mit, wenn du kannst. Ich wollte den Mets verflicken. Geh nach unten. Da sind noch welche. Also Mets. Geh, ich geh, ich geh. Egal. Egal. Schöne Fikalos. Baba in die Mitte. GG, GG. Baba in die Mitte. Stabil, Jungs. Stabil, Stabil. Meine Leistung einfach. Ganz ehrlich. Ich geh. Tim! Tim sicher, Tim sicher. Ich geh'n großer. Am de glop glop gandai'a. Schwabbeldouble du. Das ist. Großer. Großer. Sorry. Kleiner. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich weiß nicht. Seitdem ich mit Tim und Justin gespielt habe, krieg ich nichts mehr geschissen, gell? Wie ist das? Du geh'n so gut. Du geh'n so gut. Hey, wie scheiße ist das? Hey, wie scheiße ist das? Ja, Jungs. Ganz ehrlich, das liegt alles an mir. Guck'n meiner Farbe. Guck mal, wie lustig. Alter, die sind schon lustig. I love you. Alles gut. I love you. Voll bin ich? Jaja. So ne Runde wie eben wär halt wieder fresh. Jungs, ich weiß, ich muss gut sein. Ja, los. Wir können in dem Game aber mal ein paar Kickoffs versuchen. Ja, ja. Ja, kann sein. Gehst du? Schönes Ding. Ja. Over a baby. Boxt bei Sauce. Schade. Oh, Tim, Digga. Warte mal, Tim, hörst du mich? Ja. Weißt du noch, als wir bei Ding waren? Don't be Furious in der Runde. Ja. Ja, ich hab... Ah, nee, ich muss Lukas fragen. Anakin. Der ist dann Lost Clan gejoined. Carlos, komm mit dir. Ja, okay, den kenn ich nicht. Carlos machst du dich? Ja, ich hab ihn weiter. Wir tauschen, wir tauschen. Mein Code ist vorbei. Ah, no way, mein Drop ist so shit. Ah, no way, mein Drop ist so shit. Ja, ich geh hier in das Haus. Kannst du noch? Oh mein Gott, irgendwie war's gut, was ich grad gemacht hab. Warte mal. Ja, okay, ich geh in das Haus, wo du markiert hast. Ich muss ja. Ja, das war so wild aus grad bei mir. Ich hab's Gefühl, wenn ich mich drehe, verlier ich die Kontrolle. Ich hab's Gefühl, wenn ich mich drehe, verlier ich die Kontrolle. Ich will jetzt mal, Junge, ich weiß, ich weiß, ich kann's auch nicht. Deswegen, ich wollte testen. Timmy, Timmy, ich wollte testen, wie's ist. Ziehen die ab? Wo sind die? Ich wollte feilen. Ey, im Fall selbst, also, sah wild aus. Ich bin down. Ja, ich bin... Diggaaa. Oh mein Goooooosh. Ich bin hier immer noch reingesperrt. Dieser Zaun, Digga. Und Akaz. Ja, der finde ich. Wutze, 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 wutze. Ich lasse mir das Witte. Ja, egal, zweite Runde. Justin, zweite Runde gewonnen. Wait up. Let's go. Ja, es wird nicht. Wir machen den Sieg. Tim ist heftig. Ach Digga, ich hasse die Sünde. Wieso kann nicht einfach Plattform sein, what the fuck? Boah, auf der Eis her ist der Hütte aus. Als ob's draußen schon dunkel wird. Ey, weiter oder zurück? Oder hub? Weiter. Hallo. Wie heißt es nicht? Der Beier ist drüben. Ich hab eigentlich noch Bock, einmal, noch einmal ins Endgame zu kommen. Aber in Schwitz kannst du aufhören. Für das Finale will bei Getreep. Alles, was ich brauch, dabei ist Trüb trüb. Oh, klar... Digga, Paul ist in die Kommand are weich raus. Oh, gut, danke, skips, 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 alles verschneit. Der nächste. Paul schwörisch macht es nicht. Mach vorbei und ich skip. Vieler ist noch was der Pferd... Alles, was ich brauch, dabei ist Trüb. Du kannst selbst auch, als er in der Öl... Und XTrips, skip skip Ich bin mir nochmal gegen 2 Leute nur Second time against 2 Leute Ja, das besser ist es Ja, deshalb kommt ihr so schnell weiter Danach sind wir rein, final und danach Bis auf 3 Doch, doch Aber was dabei? Und ich kipp 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 Alles was ich brauch ist der Bayerisch Chub chub Ich hab richtig schöne Blasen Carlos Mach auch Carlos Warum März? Ich hab Einstellungen gesehen, wo sich welche mit dem linken Stick drehen in der Luft, gell? Also da hat die Ballrolle mit links und nach rechts mit dem ganz normalen Stick Yeah Das haben die ganzen Pros Mach auch so Keine Ahnung Eigentlich sollte mit dem Jahr kommen oder nicht Kann Wird höchstreich nicht eröffnet Die Seasons sind halt erst 2 Wochen Also Warte, was ich brauch Ich komm halt drauf an, was für Cash Caps sind Wenn es Du Cash Caps sind Trio oder Solo halt Aber wenn du kommt Squad Dann haben wir alles Oh Silas Worm Loco Komm mal an Jungs 10 Sekunden Ja Loco Hordfakes Oha Lugen und Liverpool 7 0-1 Ich bin 7 0-1 Ja Liverpool 7 0-1 Gegen Crystal Palace Gegen wen? Ja lass Crystal Palace Ja Echt? Beide? Jokers beide um links Moin Komm mal an Ja Let's go Echt, Echt, Echt Vor allem mit dir Ich bin Ah, Carlos, du geh mit, geh mit, geh mit Blablablabla Mach ihn alleine Das war natürlich fresh Yes, jetzt kommt Die Menschen einfach Hacken boost, Hacken boost Die Menschen erhitten Tipp Als PS4-Spieler auch nichts, man In DREAMer Tipp Tipp Ah, der Akkonsum Ich hasse die Akkonsum Aber die Goldene Akk Ich liebe die Ich, ich, ich Komm, Carlos, wir müssen es wie ein 2 gegen 2 Ranked spielen Oh mein Gold Äh, ich spiele aber kein 2 gegen 2, ich spiele 3 gegen 2 Gerte? Ja Nein, 2 1 halb gegen 2, ja gesagt Ey, Digga, die schubsen Also zählst du dich schon als Halbiger da überhaupt Muss ich euch einfach carry, ne? Da? Ja, Schatzpügel Voll! Versuch Wer kommt? Warte mal Voll, voll Guck mal, was ich gemacht habe Cheat Cheat Voll, guck mich an Voll, guck mich an Voll, guck mich an Jaaaa Alter Nein, ich war's Umgedreht Ich war's, ich war's Keine Ahnung, zum Flex Zum Flex Schwierig, liebes Hilfe Nein Ey, ey Diese Frau hasst mich Weil ich außerdem was angehittet habe Die Frau schießt mich an Ich geh Ey, ich werd hier sterben Ich, doch, 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 Digga Hier brennt alles Ich komme damit nicht klar nach rechts, nach links Kommt, Tim, fließe mit Ja Glaub ich dann Papa los Ah, bin ich hin Oh, der war nie brav Alles hoch Vielleicht war da eine Explosion FTG Okay, okay, sie Ich, ich, ich Warte, lass sie fahren Ist ja bei dir Der wirklich, diese Explosionen Alles F2P Gönn hier, mankett Und dann Bitte, bitte Jungs, muss, muss, muss sein Ich bin ein großer Ich bin ein großer Weitbuns Ja, das ist doch schluss Komm mal hin Ich hab halt noch Späches Ich kann schauen, so Was für eine Parade Ne, ich hab eins Schlimmst, glaub ich jetzt Chill Meins, 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 meins Du hast keinen Druck Du hast keinen Druck Die Typen Ich, ich, ich Vollmitte Ich bin Wir rocken, ach so, weil sie rocket launchen Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin Ja, aber nicht, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Ich bin, ich bin, ich bin Timmy, geht hinter? Oder Bleibt's? Irgendwem, halt Einer? Mach ihn Ey, Roran, Roran Nein, ich wollte, ich wollte extra für Timmy ihn flassen Dein Es ist ja so, h.... Ich dachte ich, dass du es würdest Ah, die cola Sie müssen nicht apart machen, wenn Sie sind Ich bin schon wieder Deutsch enrolled Ich bin zwischen Brust und Ball vorbei geflogen Schön Timmy, kannst du noch mal berühren? Das ist ein Gegner Der ist drin Ja, ja, moin... Ha, ne, ich hab ihn so geschützt Jo, lass an, Astros gibt kein Auto, scheiße Uiuiui Oh mein Gott Schön Ja Schönes Ding große Mach ihn Schönes Ding Hast du gesehen, am Ende? Ja Ja, war ein bisschen knapp, wa? War knapp, aber guck mal, ich hab noch geschafft Je Ich weiß nicht Hui sagt immer Turtle Tore, gib ihm den Kissen Ja, ne, ne, macht's nicht, ich guck, ob ich irgendwo ein Auto hier finde Hole is on, left to right Von Mitte, pass auf Oh, ich bin schlecht Nicht gucken, was ich gemacht hab Nicht gucken, was ich gemacht hab Zieh mich, du Mach du, für Mütze, wenn du willst, Hans Nein! Nein! Ich weiß nicht, ob's fahren kann, das der Freude ist ja auch nicht Carlos Das ist ein Ambo Alter, hat er mich gefickt Da Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ich kann das nicht Ja, da rein Ich krieg da alles Guck mal Ey, Jungs, die drei rein, die gar nicht Der 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 Ich kann es nicht mehr sehen. Safe, safe, safe. Also mein Fortnite-Führerschein, das hab ich irgendwie so gemacht. Oh, du bist halt so. Jungs? Jungs? Ey! Komm mal her, ey, fahr mal zurück zum Spashies. Ja, okay, wir können ja ein bisschen aufhören. Oh mein Gott, die ist so schlecht. Oh mein Gott. Ich werf die auf und... Digga, wie viel lieg ich gegen zwei Leute? Wie schlecht sind wir denn? Da kommt... Hör mal? Hör mal! Du ja! Ich tu das jetzt aufhören und dann nimm ich dieses Ding mit. Dann nimm ich die paar Brune hier mit. Weil der Brune ist gut. Was läuft grad für ein Lied? Tindu! Tindu! Sicher, Tindu! Sicher wird so diese. Schönes Ding, man. Lied ist das Wichtigste. Ey! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt's Maul. Bis hoch. Jawoll. Bis hoch. Ja, nimm. Ja. Ich will hier kurz im Auto. Ja. 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 Nein. Achso. Ja. Ja. Ja, ich darf kurz warten. Äh, Mitte der Zone. Du bist schon in der Mitte der Zone. Ja. Weiter, oder? Ja. Wollen wir hier was replacen einfach. Ja. 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 Lass aber, wir fahren im Auto rein. Ey. Wir behalten unser Auto. Oh, die haben elf. Versuch erstmal alle Öffnungen. We are going up to the next farm. See. All I want is you, your machete. Oh my, kakum, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Ding, ding. Oh, zon. Left, right. Pull up, can you dip it? It's the coolest drop-down music everyday like a chibi, to take a game, my friends are all Na ja, we go, Damian, we go, is your best. Jalla. Jungs, Rudi, sind wir... Ist das die Viertelfinale oder die Halbfinale schon? Ey, Jungs, nur mal so... Paul! Wie viele Games gibt's? Ja. Jetzt besser 3. Tim? Ist das die Halbfinale oder die Viertelfinale? Halbfinale. Ein Frasch. Oh, Jobbani. Seid ihr im Goldturnier oder Platin? Gold. Ja, Tim ist Gold eingerankt. Eigentlich könnten sie in der Platte gehen. Tim ist gar nichts eingerankt. Ich kann wollen. Hä? Achso, Trio stimmt. Ich wünsch gar nichts eingerankt. Oh, geil. Spaß! Ich mach's doch. Oh, let's go! Ich mach's doch mal. Ich mach's doch mal. Ich mach's doch mal. Achso. Ähhhhh Ja Bomb Ja GG GG Stark Stark Jungs Ich brich halt Stein und Metzl Aber egal Ist dem Ding jetzt noch zurückgehalten Mensch Ich vibe jetzt einfach ein bisschen Carlos Hast du gerade gefragt was das ist? Hast du gerade gefragt was ist das? Nur sorry Zini Es ist wichtig dass du halt in der Luft Diesen war Offenlich auch in der Nacht Manchmal nicht immer aber einfach Einfach nur damit du Ball wegsteht Ja Damit er fester kommt Damit er fester kommt Schönes Ding Oh Schönes Ding Timmy du Schön Schön Kannst du nochmal packen? Ja ne Ist das nicht? Aber du kriegst du Schönes Ding Wenn du sagst wenn ich den Dingstech aus dir Dann wirst du schon Oh Ich 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 Das ist so brutal gut Okay? Einfach nur Dotsen, dann aufs Auto. Nein! Tipp! Schöne Pauline! Oh shit! Oh man, die drücken krank Mimis! Doch, ich will nicht Schlagpacken. Aber krass. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich habe mich für den Weg. Ich kenne mich. Ah, ich kenne mich. Ah, ich kenne mich. Ich kenne mich. Kannst du mit? Komm auf dich, mach dich. Ja, ja. Ah, gut. Sie sollen mal nicht schnerven, Junge. Schönes Ding, Mann. Ich erinnere mich nicht so runtergefallen. Ich muss weiter gedrückt. Ja, ist doch gut. Sorry, ich musste wieder mal in so einem Spiel. Oh mein Gott. Ehrlich? Ja, ich hab schon 6. Nein, Junge. 1 Minute, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, safe. Oh, hier ist ne Welche. Hommi. Unten, unten. Der. Das schmieten ist einfach in unser Haus. Das ist Hausfriedensbruch. Schön, hau. Hol, hol, bin rechts. Versuch, müssen wir rein. Ich werde nervös, wenn ich in die Mitte spielen muss. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich will mal, lass mal so machen. Komm mal her. Komm mal nach hinten, komm mal nach hinten. Weiter, weiter, weiter. Sobald ich in die Mitte spiele, bin ich los. Weil wir haben ja nur mit Tolls gebaut, dass sie... Das ist echt ne? Exil Break. Ja, GG's. Come on. stats. Ey, das wär so... Stark Jungs, stark. Alles Gäng. Ach der ist kostenlos. Ich hab 8 Ball bekommen. Ich hab 8 Ball bekommen. Den hat mir jemand geschenkt. weil Niklas klingelt. ACH FALBER JUNGS, JA! DICKE, FALBER Meine Aufwärtswacht Guck, ich lauf jetzt rum, hier ist mein Publikum Ich gehe Ah, Jungs gehen die, die sind nichts Wir singen vor dem lauten Publikum Carlos, das sind Quatsch mit Soße Was? Die sind Quatsch mit Soße, die Gegner Ich gucke mal kurz, ob ich eben eines drehen AHHHHH Mann! Aber ich jump auch nicht Müllmensch Ich muss ein Tor die machen Das ist frech, die sind halt so kacke Oh, Digger Ach, Digger Stop! Timmy, du, flichst dich! Spillerein, Spillerein! EI NEE 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 Ich mach, ich mach die Tamps Bin tor, ich bin tor Besser OI NEE 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 Schnell, 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 schnell Sorry Alles gut Falco Sag doch, was das fliegt, Russe Alle, alle, aber nur Wir sind so unlucky, guck dir das mal an Guck dir das mal an, ich geh ab Und du hittest mich Und du bist auch, und ich hittet dich Ich hätte dann auch gereicht, dicker, fuck mir nur 2 Minuten Vier Minuten Vier Minuten Okay, ist doch gut Ich bin die ganze Zeit am Handy Ich leg erst die Pistisch Was? Ey, ich skippte für dich ein Stück lang Ey, wie frech war das Von der Skala von 1, okay? Hallo Timmy Ich hab Oh, Digga, ist das dumm Wie viel 6 hast du, gell? Hast du Bounce? Oh, Digga, wir machen mit Bounce, 100% 100% machen wir damit Ah, Digga, ja Wenn wir das nicht machen, sind wir die größten Wir könnten eigentlich jetzt Ey, das jetzt machen Und dann tun wir alle, die in die Saung kommen, abfarmen Komm her Setz Bounce fett, und du musst halt alles machen Ich geh Ich geh Ja, so Tino, wir kommen Okay, da kann ich Ich hin, da muss rum Diese Schmutz Ja, tsch, tsch, tsch Ich weiß, ich komme Ich komme Natürlich Wir wichsen die Wir sind Shidders Finale Ich habe ja nicht so viele, äh, Mets Aber egal, wir sind jetzt beim High Ground Jo, man Ich hab hier, ne? Ich hab hier, ne? Ich hab hier, ne? Ich hab hier, ne? Fuck, ich kann nicht abbauen Nein Oh, juh, 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 juh Wir können jetzt erstmal hier Wir wissen jetzt erstmal jeden Leiter, den Gela kommt Der hat schlimm zu Bounce Ey, Digga, hat dieser Baum hier muss weg Jaa, ein Kul... Jaa, Mülllisch Der da Ey, im Kummel zieht immer... Neee Ich weiß, ich weiß Aber... So, jetzt können Ey, tsch, immer Paul, du... Timmy, du reißt Pust Ich belangst hier oben gesnapt zu hören Digga, weg... Ich seh keinen Gegner Ich seh gar keine Gegner Ich weiß Oh mein Gott, was ist hier gerade los? Ja Digga, du hast noch 5 Puls, keine Jungs, kommt Jungs, kommt Lass mit dem Puls machen, safe, safe, safe Hallo Ich seh keine Gegner Alle verschanzen sie sich Wie kleine Dreckige Ich seh nicht hier Ich seh nicht hier Meine Bitte Ich seh Ey Ja, ich komme Ich komme Ich komme, ich komme Ich komme, ich komme, ich komme Ich komme, ich komme, ich komme Ich komme, ich komme rein Oh, du gehst nicht los, ey Warte noch, warte noch, warte noch Ja, warte noch Gib mir du, Timmy Ja, mach, mach, mach Ja Ich bin zu Hause Ich fliege übel weit Egal, ich bin auch weit Ja, wir sind direkt nebeneinander Ich bin auf Hight, können wir jetzt nicht mehr gehen Ich halte, ich halte Ich halte Bist du Sorgen? Ich wurde übel gelasert Ich bin grad fein, ich schiebe mich Ich bin grad fein, ich schiebe mich Ich hab noch ein Vicky Die, die fighten alle gegen einander Fightest du Ja, alles gut, alles gut, alles gut Du bist übel nah an mir Du bist übel nah an mir Carlos war... Ja, ich war's Papa Das gewinnen wir, das gewinnen wir Komm, schiebe Carlos Carlos, du machst noch mal ganz vorne Mach, mach jetzt mit Ding Mit Bouncepad und Ding Mach, mach jetzt mit Ding Mach, mach jetzt mit Ding Mit Bouncepad und Ding Plays Let's go Ach, ich muss 3 Minuten Ich muss erstmal in die Sonne laufen Nein, wir können nicht Da oben ist jemand Guck mal, wir sind jetzt hinten Äh, die, die verschont Nee, ja doch Hast du nicht noch eine Impulsgranate? Der eine denkt, der wäre gut Der wäre so wie Wui Sag, Timmy, wichtig Ja, tschö Aber lass mich mit dieser Treppe So zwingen wir zu weit Alles klar Mach jetzt, mach jetzt, mach, mach Mach Alles gut Ich auch Ich auch Ich hab was ein Ja, dritter Ja, dritter Ja, die auf Heiko und war das Zweit Egal, egal, egal Kannst du auch schaffen, wenn wir jetzt noch einen Torsche zu spüren Ja, mit Out Mit Zero Mit so viel Sonnenlack, Digga, kann man so viele Punkte holen, wir haben gerade 50 Punkte geholt, glaub ich Digga, die Gegner sind auch echt ein bisschen verschwitzt Einfach nur, weil die Todes sind nicht gut, Karlo Die sind nicht gut, aber die sind verschwitzt, Digga Die Jungs und die verschanzen sich nicht Die sind nicht gut, aber die sind verschwitzt, das ist ein Argument von Carlos Ja? 1-1 Der Jungs hat Lösungsmittel drin, oder? Shit Ja Seid ihr gerade Finale? Oh nein, heute Finale 1-1 steht da Jetzt kommt das Match, ob wir Finale oder nicht Finale kommen Einmal mir gewonnen Einmal die, die wir jetzt finden Nee, auch die wir Also, Carlos Musst du heute weg, Lene? Was? Musst du heute weg? Nee, nee Ah, jetzt ist das Ding aber erster Und wir sweaten so Karelium bedalte Es ist um 8 und es ist um 11 rein Ich will 1 auf jeden Fall heute gewinnen Ja, aber Paul Mann, ich will... Dings Naja, was passiert? Ist der auch rausgeflogen? Nein Nein Ich bin rausgeflogen Zu synchron einfach Hallo? Carlos, komm wieder rein Warte auf dich Ja Äh, ich muss kurz aufmachen, bis gleich Wollten ich Arschen? Beitritt läuft, Carlos Bist du drin? Nein, ich bin drin Das lebt doch Er wollte mich verarschen, ich bin grad allein Bin drin, bin dumm Ja, okay Der sch... Ja, Digga, der spielt mit einem Pro Türme, Türme Der hat 288 und der spielt mit... Aha, schade Carlos Asteria Claven Ey, kommst du, Lungs, ey Glitch geht doch Und Amar ist auch nicht schlecht, ich bin bei der Das sind Dritte sind schlecht Wollt Wollt Dieser Glitch will einen zerstören Ja, hätten wir auch nicht Nicht, dass er extra langsam grad die Treppe hochgelaufen wird Der dumme Mixer Hälts mal Nein Hälts mal Nein Fußengeschissen Es wär so geil, wenn jetzt hier niemand hingeht, gell Nein Ja, komm, Digga Let's go, Alter Das ist so gut Die Jungs müssen hinten sicher sein wieder Irgendwann dort Ich Ich Nein, kriegst du nicht Nein, wenn du schon trainieren darfst, dann... Dann nehm ich halt einiges Zeug mit Wenn nicht verdossst du halt Geht aus jetzt Kannst du ein bisschen aus dem Wasserhahn auffüllen Was ein Ehre, Mann, Digga Wär's nice Ich fang grad nicht Mit die Carlos Ah, doch Ich bin hinten Faul Ich bin hinten Tim, rauf das Tier Achso, ja, ja, kenn ich Okay Ich hör mal vor, wir müssen das Match mal Overt Ich... ich mach Overt Ja, aber das ist Ding, überzunehmen Okay Ey, die Schubs sind die ganze Zeit im Büro Ja, da ist die Übelung Okay, ich bin doch nicht, weil ich schlecht bin Stabil Carlos Ich bin hinten, ich bin hinten, ich bin Tor Was macht er denn? Ich mach jetzt wieder Ding Was denn? Carlos, ich bin... Seitdem ich aufgestanden bin, treff ich aber auch nix mehr Ich, 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 ich mach das Ja, ja, ja Ich mach immer, wenn ich die sehe, weil... ich weiß nicht Die geht Ja, 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 ja Let's go, das Haste Line Was für eine Parade Hä, was für eine Parade What a save, dude, what a save Deja, Carlos vorhin haben wir nur gegen Spanier gespielt, gell? Ganz schlimm Digga, das sind... Achso, ich kann es nicht nur Oh, ich kann es weiter Let's go, Alter Let's go, das ist so krank Was, was, Paul? 1-2 für uns. 2-2 für uns. Was, Paul? Der Paul-Wund. Paul-Wund. Ich bin's. Wir gewinnen gegen dich. Ich weiß, wie ich da gecampt habe. Ey, hast du Minis? Two of the three. Ich hab einen Diggi und zwei Splashies. Übel, ekelhaft. Ich würde gern schreiben, aber... Hast du grad gesagt, black lives doesn't matter? Nein. Nein, ich hab gesch... Wie, wie viel sind 3,5 Gramm? 10. Was ist? Oh. Ja. 3,5 Gramm sind 3,5 Gramm, natürlich spürst du dich. Jungs, Jungs, Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Es wird so Mikropenis mit 3,5 Gramm in dein Arschloch. Geh, dann wird sie den ja auch spüren. Bitte. Du spürst ja auch seine Scheiße. Ah ja, du spürst seine Scheiße, aber die Scheiße wiegt ja ein Kilo. Ja. Carlos? Ja. Wir können dann gucken, ob dieser eine Ding da trucken und alles. Ja! Let's go Jungs, die sind Finale. Die sind chill. 3-0 Justine für uns. Ah, hinten am Van, am Truck. Nikas, warum hast du ne lange Hose an? F.O.C.K. warum hast du eine lange Hose an? Wix flicken Da hinten ist jemand, der will ihn gleich so killen, ich sehe das so an seiner Sneak Art Da hörst du? Ja Carlos Das Ding ist geschnürt Egal, lass es Ding nehmen Wir sind Finale mit mir Ja Du hast gehört, wir sind Finale Ich weiß Timmerstein, ist hier jemand, Digga Digga, allererstes Runde mit Tim, Turnier, easy Allererstes Turnier mit Tim, easy Lass uns rein, lass uns rein, 3, 2, 1 So hart ist gut, das war der gar nicht Oh, 23 gold noch Egal, egal, egal Lass lieber nicht einmischen, weil das ist übel dumm Ich hol dich mit dem Lamba Ich hab den Kitschow, komm gar nicht einmal Komm rein mit dem Lamba Ich weiß, wir haben den Kalibu gefaltet Ja ich hab auch einen Noob, na und Da bist du nicht Ich spiel seit gestern Ich bin da einfach Ja Ja Auf Na Aber wir müssen eigentlich weiter, weil die kommen gleich so verhält. Nein, wir müssen weiter, da fliegt's schon raus. Ja egal, für ein bisschen was reicht das noch. Äh, wenn ich geh direkt an die Stimme. Dann, um zusammen zu fahren. No way. Ich hab halt nur keinen Bock gegen die zu fighten. Für den Weg reicht's. Aber ich war das nicht für mich. Ich wirkate jetzt her. Bye. Uiie. Das ist wirklich ein Hnake! Wo hoch! Was soll, wir gewinnen? Okay, runter! Gdub. Becken wir! ージimersam! Wenn du was hast, Becken, Becken, Becken! ə Ich hab noch Ding, noch Specials. Wir haben zwei Turniersieger, eine Legende. Okay, ich werfe Specials mit. Oh, ich bin Season 1 Turniersieger. Ah, warte, hier kann noch was sein. Ah ja, hier, hier. Da hätten sie noch mehr Specials, hol ich weg. Oh mein Gott, da hinten ist jemand. Egal, egal, es sind noch weit genug weg. Ah, Digga, Jungs, ich war die ganze Zeit gestummt. Ich rede jetzt mit Carlos. Ja. Echt? Wo? Nee, cool, man, bereits drücken. Hey, Carlos gewinnt mir jetzt Finale, Alter. Ja. Ich auch wollte es besser. Ja. Die Zone soll jetzt mal announced werden, Digga. Nein. Okay. Boah. Boah, der ist wirklich schön. Ja. Das ist schön. Was ist der wirklich schön? Ich bin still. Ey, warum fangst du dich? Nein, nein, überhaupt. Boah, ich seh den, ich seh den. Hier, übel krass. Ja, boah, mein Mund hat mir ist. Hier. Rechts von uns ist jemand. Ein Maulwurf. Was für ne Musik. Ja. Ist schon wieder okay. Da ist jemand, hier. Genau hier. Nein, nein, nein. Pass auf. Okay, wir können. Lass hier replacen, Digga. Weil das Stein hier. Und wir, wir sind Saum. Übel gut sogar. Was ist? Wieder Top 3. Ist doch egal. Jo, jo. Aber halt wieder andere immer, Tim. Carlos. Boah, der ist Team. Ja, was ist los, man? Ja, doch. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Das ist gut. Ich bin der Held. Na, doch. O-ha. Entschuldigung, ich bin der Held. Oh mein Gott. Kim? Drei, ich bin der Held. Ich bin der Held. Ich bin der Held. Ich bin der Held. Komm, ich bin der Held, wir können die Held. ich mache kurz kopfgeld hier gibt es den keller wir können uns so ein keller hier unten sind diese dinge hier ist noch ein kleppich hier sind ja das kann ich nehmen mitnehmen nein nein ich habe auch ein netter wir sind zwar übel im logo und aber wenn wir da unten einfach und zu fressen halten und nichts von uns geben dann können keine gegner darauf kommen dass sie dort sind ich mache die tür zu dass wir es hören falls jemand reinkommt nur holz zum tipp ich stunde ich mal kurz alter als er fort hat gelagert ja ja wer fall ist Ha Ja, wir haben es erledigt, weil er gekillt worden ist Wir haben es neben Netflix-Button, auf der Fernsehebung Ja, ich glaube... keine Ahnung Ist ja auch egal So Carlos Mitte Doch nicht Alles klar Leit den Touch für sich schrauben Achso, der ist einfach raus Ich kann das nicht Weil mit den Chili-Schoten können wir doch auch Oh mein Nein, ich bin ja da rein Lass nur noch mit Stein bauen hier Ne, hab ich nicht, aber ist ja auch egal Ich bleib weg Ey, lass dick machen Lass... Lass überall oben Jetzt über uns... Äh... Lass überall, komm Lass überall, komm Überall einfach nur Coms setzen, dass sie... dass sie uns nicht weplassen können Ja, ich hab überall Ich weiß nicht, ob ich überall bekommen hab Ja, ich hab überall Du... Ja, wenns ganz schlimm wird Dann setzen wir den Dann kannst du ja nicht Fisch machen Aber... Aber... Bisschen... Warte... Warte, warte mal, warte mal Ne, ne, bin ich... Ich bin weg, war das Ich versuch die, den ich... Ich versuch die, den ich... Oh... Oh... Timi... 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 Ah... Die wollen nicht Lachen Tschüss Schön Carlos Komm, lass mal... Lass mal einen kleineren Raum für uns machen Die kann... Die Matratze Die Matratze Aber die... Nein, die ist nicht... Die ist so Ich kann... Und der liegt auch, man Ich weiß... Aber die Matratze ist beschissen Ey, wir sind übel gut in der Saal Luisas Matratze ist viel besser Luisas Matratze ist viel besser Obwohl die grüßiger war als meine Aber meine ist viel beschissener Die hat nämlich so Fusseln An der... Ja, übel gar nichts Ja, hat die Und das fuckt mich ab Ähm... Sorry Hast du da? Naja, ich... Achso Hä? Geh bei da? Ich heil nicht einfach nur Tim raus, 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 raus Ist es das zweite Match? Nein, erst Ich komm Voll mit zu wenn du kannst Voll mit zu, mit ich Ah, ich was mich mit Tim Äh, ich will nicht mit golden-gold machen Oh, nein 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 Okay, golden-gold Nein, bestimmt nicht Okay... Golden-gold digger Er reicht Ich chill hier, ich chill hier mein Leben. So, ich trinke denen jetzt was fort. Alles gut, alles gut. Komm weg, komm weg, du hast Zeit, du hast Zeit. Ja, nein, 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 alles gut. Tim. Timmy, Timmy. Nein, jetzt höre ich euch. Oh mein Gott. Du meinst hier, sorry. Alles gut. Ich mach mit keinem Boost, ja, ich... Nimm dich? Ja, klar. Ja. Nimm die Liebe aus der Hand, nicht dass du fettfingerst oder dein Controller auf einmal backt. Punkt, Punkt, Tim. Let's go. Let's go. Was? Oh mein Gott, mein Controller. Ey. Ja, wir sind auch in der Zone. Warte mal. Ja, nein, 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 nein. Ich rotiere. Schön, Tim. Schön, Tim. Ich schlag den. Tim, touch, touch, fahr gegen. Carlos. Ich mach. Fabian. Daher. Komm, sag mal. Hoop, hoop. Oh mein Gott. Oh mein Gott, haben wir... Jawoll. Ja, natürlich wird alles abgefüllt. Ich geh ins Tor. Tim, raus 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 raus. Ich hab' den Guss genommen. Schön, Tim. Carlos drehe ich. Ich, 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 ich. Ach, Chilis. Ich bin Mitte. Ich bin Mitte, Carlos. Ich hab' eine gegessen aus Versehen. Was? Ey, Tigal, sie haben das jetzt jeden Ball von mir. Bitte, bitte, Jungs. Ich bin nicht, ich bin nicht. Tim muss, Tim, du musst regeln. Schande. Ja, egal. Oh mein Gott, du hast den Oberteil. Schön, Sting. Einen mussten tauschen. Wer geht? Wer geht? Wer geht? Schön, Tim. Wichtig. Tim, komm rauf, 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 rauf. Weiter rauf, dreh dich. Ich bin Zero. Nein. Ich bin Zero. Nein. Oh mein. Ich bin zur Mitte. Ja, Müll. Sehr einfach. Ich, ich. Ja. Halleluja, Titta. Jocelyn. Ah, der ist zum Match Overtime in 3 Minuten gekommen. Overtime in 3 Minuten. Overtime in 3 Minuten. Oh. Möchtest du noch eine Pizza oder was zu trinken? Pena, okay. Ihr wollt trainieren und du fragst ihn, möchtest du eine Pizza oder was zu trinken? Was noch? Wir haben Pizza gemacht. Wir haben das über, aber die ist schon ab. Ich wohre, ich fühle diesen Tanz-Same hier gerade in der Zimmer. Oh ja. Dafür usen wir den Rift-Fisch aber so heftig. Komm jetzt. So. Geh wir mal, mein Klauschen. Auf mein Moped. Ja. Mehr. Ich benutze einfach eine jetzt schon. Der ganz kurz. Oder später noch. Ich dachte, diese Infi wäre viel mehr breit. Zwei. Ich, ich, ich. Ich usse dich. Warte, ich mach gleich, in den letzten 5 Sekunden use ich den noch. So hässlich ist er auch nicht, aber ich dachte, wer mehr breit. Warum willst du dann zu der fahren? Ja. Deshalb ja. Einfach so, bisschen. Bisschen talken. Ich, ich markier mal, wo die Sauna ist. Oh mein Gott. In den Mitteln davon. Ah, die machen Denk. Oh mein Gott. Was war denn so ein Schuss? Wie ich das anhört. Ja, la. Ich meine aber nicht die. Wir können halt direkt oben auf dem Berg. Ah ne, 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 da ist jetzt jemand. Da ist jetzt jemand. Da ist jetzt jemand. Ja, ja. Ja, wird schon noch bisschen in der Luft. Außer werden gleich angeschoben. Die ganze 10 Minuten gehen wir runter. Lassen für die direkt. Ja, ja. Ja, ja. Lass warten, bis wir da sind. Ja, ja. Komm, komm, komm. Boah. Boah. Lande schnell, lande schnell. Bau, 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 bau. Der eine schießt auf mich. Bau, bau, bau. Auf, hoch, hoch. Alles gut. Die schießen übel auf mich. Ja, ich bin laut drin. Tschüss, ich kann mich hin. Ich kann mich hin. Ich kann mich hin. Links fährt immer. Bist du high? Hast du, hast du, hast du, hast du Blue Heel, Blue Heel. Lass noch mal ein bisschen höher. Ja. Ja, ich hab, ich hab Medis, wenn du willst. Hier kann ich dir eins geben. Mütze. Oh, Digga. Let's go. Die sound´s gut. Ah, sorry. Tim. Lass auf den gehen. Tim. Ja, Paul. Paul. Paul, du musst mich verachtern. Ich dachte, du wärst hinter mir, Digga. Danke. War ich auch, aber ich dachte nur direkt zu sehen. Hä? Ich sag Tim. Guck mal, ich sag Tim. Ach du, ach du. Oh, Digga. Oh, Digga. Die Gegner sind so scheiße. Auch wenn, da ist so ein Leuchten, das geht. Ich bin wahrscheinlich alle kurz zu zweit. Ich hab auch 10 Minuten später. Komm schon. Digga. Digga. Don't. Spray auf die. Was ist denn? Ah, Digga. Ich kann nicht mal mit dem Backboard gehen. Tim. Tim, wir müssen sinken. Da hinten sinken. Ja, chill. Wir müssen sinken. Warte, warte, chill, chill, chill. Lass lieber auf Rotation konzentrieren. Das ist wichtiger. Tim, du. Chill, 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 chill. Chill. Du hast doch noch Bounceplätze und so. Chill und so. Du hast doch übel viele Bounceplätze und so. Come on, Junge. Schönes Ding zu. Schönes Ding. Verlieren wir sowieso. Ah, du bist oben. Chill, chill, chill. Ah, fuck. Chill jetzt hoch. Wir können eigentlich wieder hoch. Ja, okay, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin oben. Ich bin oben. Ah. Das ist aber so. Dau, das fällt rein. Ja, okay, egal, 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 egal. Ihr aufgehört. Unter dem Baum, da. Ja. Ja, okay, der ist raus. Ey, wir müssen übel rotieren. Chill mal. Äh. Ah ja, mit Impulsgranate. Pull mit, pull mit. Mach jetzt Impulsgranate. Ach, nicht schlecht. Ich geh. Ja, mach mal. Lass noch mal Taschen. Chill. Okay, ich bin zoned. Hab sogar connected. Ich bin, ich bin. Chill mal. Ja, hier, hier oben ist bei mir übel viel Loot und Ding. Hier. Oh Gott, ich hab übel viele Mets. Ich kann, ich kann nicht abwähmen. Chill, chill, ich kann nicht abwähmen. Ja. Ja. Ich hab immer noch reinkommen. Mach doch Impulsgranate, oder hast du keine mehr? Ach so. Geh weiter, geh weiter. Die müssen alle jetzt hoch. Einfach und nur weitergehen. Einfach nur weiter hoch. Ja? Versuch mal zu gucken, ob unten, von unten jemand kommt. Ich nehm' kurz medkit. Ich gucke auch raus. Kannst du Caller? Chill, vier. Ich bin bitte. Ja, ja. Geh einfach nur hoch. Konzentriert sich nur auf Win. Geh einfach nur hoch. Lass ausbauen, lass ausbauen. Ich war viel zu weit vorne. Da und rein. Nein. Ich war alles so gut. 46. Achtung. Geht nicht. Hab ihn count, hab ihn count. Der kann nicht hoch, der kann nicht hoch. Ja, hab ein Kill, hab ein Kill. 2B1, 2B1. Ja, ich schob. Hier, hier. Okay. Ja, lass ihn nicht zu Griegel sein. Oh mein Gott. Ja, mit Herz, mit Herz, mit Herz. Ah, fuck. Du willst jetzt runterfallen. Egal, egal, egal. Tim, sag, wenn du auf den Ball gehst. Yo, Tim, Tim spricht einfach nicht mit uns. Bist du unten? Ne. Okay. Tim spricht einfach nicht mit dem Ball. Hier, Tim. Oh, Schüttel. Tim redet nicht mit uns. Fuck. Egal, egal. Ich bin, ich bin da. Ey, geh mal einer ran. Ich muss halt bald drauf. Ja, ich bin runtergefallen. 22, Crack. Der ist slow, der ist slow, der ist slow. Ich kann nicht. Ich geh, warte, ich muss runter runter. Oh mein Gott. Lass ihn runter, Spray. Spray, Spray, Spray. Ey, mein Internet geht weg. Oh, fuck. Du musst mit deinem D-Song wählen. Ey, nee. Tschüss, tschüss. Hab ihn gebombt. Ich krieg ihn nicht. Crack! Let's go, we're way, let's go. We're way, we're way. We're way, we're way, we're way. We're way, we're way. Schüttel, 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 schüttel. Typ sagt Meiner. Carlos, wer drauf? Äh, zwei. Hä? Ich bin doch schon grad für die Song. Ach so. Meiner. Carlos. Ah, Carlos. Ich hab keinen Bock, noch ein Game danach zu machen. Doch. Mach's lauber. Ach so. Oh, fine. Ey, komm schon, Moos. Du gefahrst zu dranken. Ich bin am Bus vorbei. Tim! Du siehst mich doch! Weiß, weiß ich nicht. Carlos. Du kommst wo? Ich bin vorbeigefahren. Timmy! das macht man so nah ich hoffe niemals machen wir ding machen deine stimme an vielleicht james italien müssen korona da muss irgendwo fahrt das sind party audio sein oder so was schade partieinstellung ist guck oder hallo der allein im plästischen audio der werfer gut geht bis hier spieler alles noch mal mit wir können wieder hin dass überall am ende wir haben gerade 70 punkte glaube ich geholt oder so hat mir nicht eben gerade 150 wenn wir jetzt noch mal einen wohn holen haben wir 300 das ist eine realität was eigentlich gestern noch 2.400 nein hoch mit dir sorry warum auch immer ich drauf war die meintragen ja los lass uns das ja noch zu das heißt das bei dir oben rein ja ja die flieger hinter ah das eine team ist abgedriftet wir sind nur gegen ein team ok ok ich habe oben ja das heißt ja auch bitte ein Sturmgewehr der Kapitel in der AK ich brauche ein Sturmgewehr aber keine AK ich habe auch kein Finale verloren ich sehe sie nicht sind die beide in verschiedenen Häuser ne die sind beide im gleichen Haus sind beide unten links ja und nicht ja ich weiß wo du willst keine Ahnung wo die sind sie sind nicht aber der eigentlich damage hat sich auch nur im Tor auf die sind soo schlimm ja jawoll die richtige Goldspieler wild die richtige Goldspieler ich habe nur eine R kein Schild oder so das ist hier ist der AK hier ist der AK hier ist der AK hier ist der AK hier ist alles du dich gönnir die Sturmgewehr halbschern 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 ok ah nach oben jetzt gucken ob wir die Jungen sind es ist halt ekelhaft dass sie keinen Pritz haben äh kein Blutlife naja auf dem anderen Haus der hat ein Sniper pass auf Tim 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 hoch mit dir Tim oh nö Ich hab grad übel Auge gemacht. Da unten, da unten! Pass auf, pass auf! Ah, Digga! Er hat irgendwas hochgebrochen! Diese Fässer, weißt du? Ah, ja. Nur zwei Minuten. Die spielen halt auch wie hoch und so. Oh Gott! Ich wurde von woanders geschossen, Digga! Von oben auf den Berg! Guck mal auf die Puschen! Oh! Weil komm! Bitte! Da kann man nur den einen da gesnabt werden. Digga, sonst werden die von hinten uns pushen. Oh, Digga! Die spielen so eklig, man! Ich geh! Nicht, 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 nicht! Ich würd' ja sagen, lass abziehen, aber dann werden wir safe. Lass wirklich abziehen! Oh, Digga! Ey, die pushen uns! Das war so klar, also! Und die haben wir wieder ne Pumpkin und alles. No way, no. Alter, das ist so ne Scheiße, ne? Ey, die eine Mets aber ganz hinten irgendwo! Ich kann, ich kann zwei Impulse-Konaten eigentlich werfen. Mach ihn, mach ihn! Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh! Bitte, bitte, bitte! Jawohl, stark! Stark impulsig! Holt ihn euch! Ja! Und dann, lass doch da hinten stimmen! Siehst du den Loop? Ist geboren, Touriersieger! Wir sind Touriersieger, Jungs! Da müssen noch ein Pultys sein, oder? Keine Ahgen, was ist das? Ja, wie machst du hier alles? Was? Auszeichnung! Was? Oh, ne Tag an dir! Oh, Minis! Minis! Job mal hin! Warte, ich zeig's dir gleich! Hallo! Ich geh! Nee, nee, nee! Ich geh! Nein, nein, nein! Ich glaub, da kommt nichts weiter! Tether Relation einfach! Tether Relation chill grad bei mir im Bett! Ja, guck! Justin, willst du ihm Hallo sagen? Hallo, Tether Relation! Hallo, Tether Relation! Sagt er! Servus, sagt er! Oh, du hattest einen Gang-U-Brain! Ich hab's gesehen! Oh, mein Gott! Kannst du mir einen droppen? Oh, mein Gott! Was? Achso, ja, tschö, tschö! Was? Minis! Minis! Mein Gott! Kann ich den Major war? I'll sendầy mehr irre! Wait, what! I am e4! I am e4! You gimme mall! Yeah in i3v! Nee! Was hast du bekommen? chlorikum kann man wir Adventures м� Ja, krams Fahrer, Echt��! Ich geh, triff. Ja, krass Fahrer hardshipl hat immerhin immer noch die schwulen flagge auf dem auto hat gesehen ob jemand dahin geflogen ist zu denken ja pausers zu siegessicher würde ich dazu sagen ich bin mir auch sicher weil die gegner schlecht sind ich will 4 liegen über den das war eine glatte ansage du mein gott paul so wichtig das sind einfache paul wieso chill ich nicht in deinem bett sondern zähle relation du kannst auch gerne im bett chillen mit uns kardos auch zu vierten ich kann auch zu fünften mit tim noch im bett chillen oder die autos er ist der bett so groß und dass da dass ein übergewichtiger und vier leuchten was das ist weiter aus dem momentan die die Hälfte auch im Schreis Orson der Torwart Klaus das ist die Kampen also mit dem ich unten sein oder oben rechts er um links und erlässt ich gehe nachdem die Gäste gestimmt die wichtigste auf dem Fall Oh, hier müsste eigentlich noch ein Chest sein, oder? Also welchen Teil? Keine Ahnung. Guck mal. Hier geht der Tor. Ich ball. Oh Gott. Ich bin in der Mitte. 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 Wir haben auf jeden Fall schon mal bis jetzt viel Solos, glaube ich. Müsste es sein. Weil es kommt ja in der Top 25. Gibt es ja... Mhm. Ich bin in Carlos. Wir haben auch ein Metscher gefarmt. Hier wahrscheinlich auf Steam kamer oder so. Ja, safe. Holgoo. Hier ist noch eine grüne Tech. Ja, das stimmt. Maybe. Einen Tot. Oh, wild. Komm. 25. Das heißt... Oh, Digga. Es sind viele Solos noch. Ja. Ja, eine grüne Tech. Eben grad hab ich mit einer grünen Tech. Das sind grüne Techs. Die sind gut. 2 Mann, 26er hätte gegeben. Oh, oh, oh. Nice. Ich krieg mein Name. Ich brauche mit einem Schnauzer an Popo. Tim ist einfach mit Open Gold zusammen, Digger. Das ist einfach eine Liebe. Carlos? Ja, ihm auch. Oh. Mächster Punkte? 94? Wieso. Ja, der kommt ja jetzt die ganze Zeit. Ja, komm. Wir tryen. 300 Punkte. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wir wurden von hier angemeldet. Und das ist jetzt... Es geht noch nicht. Ja, Punkte plus 2 Wins. Das müsste sein. Der kommt. Der kommt. Da hinten ist jemand. Wo? Hier. Ah, ich sehe ihn. Wir können ja ihn schlazern. Der ist alleine. Der ist alleine. Okay, eins, zwei, drei. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Einfach, er hat scrapped, Digger. Minus der 100. Ja. Hab ihm zwei Hatschus einen Hit gegeben. Oh Gott, der ist das. Oh, rechts. Oh, rechts. Oh, ich wurde so gelasert. Das ist mies. Geil. Chill, man. Ich hab schon nicht so viel in seine Richtung. Hallo, chill. Achso. Na der ist halt eins noch. Nein. Der Mäth ist da oben. Ja, aber gerade ist alleine. Es gibt jetzt eine wilde Zeit. Außer die 10. Du kriegst gar nichts. Ey, der geht aufs Moor. Nein, nein. Nein, die 10 nicht. Es ist schon genug, dass du hier überhaupt sein darfst. Weihnachtsgeschenk genug. Ich bin das Weihnachtsgeschenk. Ich geh. Oh, warte. Ich sehe die gerade. Die sind überhaupt. Ich weiß, der ist direkt gerade. Schön. Schön, Timmy. Ey, Jungs. 3 Minuten. Oh, warte. Hilfe. Ich glaube, der eine ist runtergegangen oder so. Der eine ist. Eine links zu dir. Die kommt zu dir. Oh, die spielen mit Ding. Das sind übel. Die für sich. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Wollen weg im Pool. Komm mal raus. Komm mal raus. Komm mal raus. Ja, lass den Pool. Okay, mach. Oh. Gehen. Spring. Ich mach noch eine. Mach du auch mit deinen. Okay. Ja, ich werd so gelastet, Digga. Nur weil die PC-Huren so'n Spiel machen. 4HP, Digga. Was ist das? Ich hab noch, äh, keine. Haben wir den Busch? Ja, ich hab gemerkt. Nee. Achso, ja, dann. Oh. Im Busch hat er mich. Okay. Wir haben so ein Pech. Im Busch hat er mich. Kommt es mal wieder an. Kommt es mal wieder an. Natürlich ne Mal. Ach, immer. So'n Glick haben kann wie die, gell. Die sind so kacke. Das ist ja gar nicht so weiter. Lass mich einfach. Das ist ja gar nicht so weiter. Jetzt nicht der Rest. What? Das ist. Team, du. Da krieg ich irgendwas herziges draus. Aber alle Mets, Digga. Und gönn' ich die Splashies. Gönn' die alle Mets. Gönn' die die Splashies. Also bis jetzt haben die mich nur gelootet. Ich verbräufe einfach nur die Mets. Denk für diesen auch. Ich weiß. Rausforderer. Ja, Jungs. Hier machen wir mit dem Abend drauf aus. Ja, ciao. Im Busch hat er mich läsert. Dann guck, es ist auch so kein Sinn. Oh. Jappi. Wie viel hast du oben recht? Was? Wohin. Jungs, denkst du? Ja, tschüss, 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 tschüss. Ich will einfach nur nicht, dass ich mich jagen. Ey, du konntest den einjagen. Komm mal über dir, ist ein... kein auch was. NPC. Dann kannst du den herausfordernd bekämpfen. Ich versuche jetzt was. Ey, die Runde ist eh gelaufen, weil du da bist. Ich versuche jetzt deine Karte zu holen. Timi? Na komm. Hä? Öffne den herausfordernd bekämpfen. Wofür ist das? Belohnungen? Auf trainieren, Belohnungen. Wohin ist jemand? Nein, das krieg ich glaube ich nicht. Ich bin zwar weg. Keine Ahnung, 18 Sekunden, Digga doch. Das schaust du. 18 Sekunden, 15, 14, 13, was? 12, 11, 9, oh, ja jetzt schaffst du's. Du schaffst es, 4, 3. Haha. Halt's Maul, Alter. Yo. Mich verstanden da noch mal. Ja, nimm alles von mir mit, Digga. Die Matke kannst du uns so so mit hieren kannst. Ey, du könntest für mich dirty vielleicht. Dirty, doch. Dirty, doch. Dirty, doch. Dirty, doch. Dirty, doch. Dirty, doch. Wenn die Sohn doch nicht ist, ist es auch belastend. Mein Ohr, Digga juckt üh übertrieben. Ja, die Sohn wird er niemals sein, aber... Vielleicht krieg ich's hin. Ah, da ist ein Fluss, der in die Richtung geht. Oder? Der muss eigentlich in die Richtung. Oh nein, nein nein noe Nein. Nee, 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 nie andere Richtung fuck. Oh fuck. Das ist vrij. Oh, nä, These richtig ekligen Digga, wenn dich dich einmal sehen musst, solch einfach gefickt Jungs, das hab ich grade a season ten. Ääh, tu des Soo, dumm, ja, ledig dich. was was weiß ich noch mal ich hab links zu dir ich war gerade auch übel oh mein gott ist in der sohn halt's maul disco ganz knapp in der sohn fahrgaben also das heißt sie hat die zieler abkontakt hat auf mich einfach nein doch das sieht es aus denn wenn du mich wirklich noch belebt kriegst und diesen entgegen und gewinn auf die scheiß runde spiegel entdeckt ist und oder vor Ort studiert in der krone zeit sagt nicht dann schild jemand an wie gut werden dann heulich digger ich glaub ich glaub er hat gerade belebt oder so und dann sind wir weg sonst wäre das nicht offen man sonst wäre das nicht offen aber könnte sein dass jemand auf dem kohle ist hier muss und der uns gleich abfuckt da ist jemand deswegen oh ne ich weiß nicht glaube ich gebootet er? ah ne 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 alles gut alles gut ok was ist das schon der geworfen gesehen aber da liegen noch waffen wild das hast du bestellt nie was gestǫnet ausgedrückt nervös kliffigkönig ach so das hat intensiväure classify Aber wir können gucken, ob im Kolosseum noch irgendwo was zu looten ist, wer geht da hin bitte? Oh, hier ist jemand, oh mein Gott! P90, P90 Oh Gott, komm mit mir, die Pulschen sind so heftig Ich werd so gelatert Da ist noch jemand im Kolosseum Ja, okay! Ey, die Feinden! Die Feinden, die Feinden! Oh Gott! Wie komm zu dir? Halt's Maul, Dick! Oh mein Gott, die muss auch noch! Lass doch grad zu unten, komm! Zieh durch! Komm her, komm her, lass dich kurz hier chill Hast du Madcat? Ey, ich... Ich kann hier nicht reden, warum? Kann man doch eins runter, kann man doch eins runter? Ja, ja! Hä? Ne, hier aber! Ich hab Ding! Äh, hier, das da! Ah, das da, okay! Ich kann kurz mehr Madcat? Ja Bau mal bitte über mir was! Ich hab jetzt überlangs! No way, Dicka! Oh, die Pulschen sind so weit! Oh, die Pulschen sind so weit! Ich hab' immer ... ... ... ... ... Denk, wir brauchen so Schild, ne? ... Aber wir könnten hier die an der Seite hier, das ist stimmt Ich guck gerade, ob ich irgendwas finde, aber Ich denke, vor allem, wir kommen zwei Dusse Ja, wir haben einen Mad-Git gefunden, Digga Bro Egal, gib einfach 25, ich hab hier hier besser als nix Ja, natürlich Ich komm zu dir Was hast du gesagt? Ich will, danke Ich muss doch irgendwo Minis liegen, Digga Ja, ist so, Digga, ich lass so oft einfach 50 Minis liegen Das heißt, Junge Impulsgranaten Halt's Maul, Digga, oh mein Gott Lass jeder ein, oder? Ja Ich geh mal kurz, Digga Über uns ist jemand Ja, der schießt auf mich Auf euch Hey, du hast eine Pulsgranate, ja Wir sind ganz drüben Äh, ich schießt auf euch Bin so down Ich bin wieder da, wo wir gerade waren Ich auch Ah, ich push mich Was wieder in die andere Richtung Wir müssen so, komm Ich kann nicht mehr abziehen Die haben mich Nein, die haben mich Ich bin ein gefundenes Fressen für die Ich auch Und der andere ist bei mir, alt's Maul Ja, wohl, wir haben noch eine Plastierung bekommen Jetzt, glaube ich Pass einfach raus Hier kann man sie nicht ausbauen Ja, beide Omis Ja, Digga Ich zieh durch, Digga Für ihr Placement Oh, du hast eine Oh, du hast eine Ah, Digga Digga Überall, Digga Ah, Digga Digga Hier ist auch keine Messmer Ah, Digga Ah, Digga Geh, der ist weg Ah 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 151 Punkte Ah 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 Egal, Digga Ja, wir hatten halt gar keinen Re-Ref gerade, das war üblich Nee, letzte Runde war einfach Cracked Ja, aber der Reboot, Alter Das hat alles gefehlt Obere 16% Ich geh das mal aus Die ersten 600 Punkte Ja, aber ich, äh Geh wieder nach vorne Jo, ciao Ja, jo Ja, jo Ah Ich geh das Schleif eine Schleif Ach Ja Das ist Quartäure Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm, bitte, bitte, bitte. Warum? Nein, bitte. Irgendwo hast du die Tore geschießt, mir helfen würde ich. Sorry. Was haben wir schon mal gewollt, bitte? Ich schieb mir nicht. Du. Ich, ich, ich. Digga, was ist eigentlich ein Snust, Digga? Nein. Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Ja, ich auch schon lange, aber. Was? Ja, ey! Ja, aber Digga, ich bin mal gespannt, was das denn macht, Digga. Ja. Ja, ruhig. Ich kann vorstehen, so wie ich es habe. Wie, was? Ich brauche Tabak. Ja, stimmt. Ist aber alles so geil, finde ich. Ja, du machst es halt nicht so klar, aber. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Oh mein Gott, was mein Buch. Ich weiß das nicht so. Was? Hast du das probiert? Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß das nicht so wie immer. Hey, Junge, was denn mit dir? Du bist bei den Trumpen, oder? Ja, komm. Wo ist denn? Ey, dicker! Du bist mit dem World 1. Zieh mal. Zieh. Du bist mit dem World 1. Ey, wer gebrochen? Sein Huren. Was? Das macht doch nicht. Schön. Woh, da war's nicht. Wir haben einen Entschuldigung, wenn du da warst. Entschuldigung. Es macht mich nicht bei mir, weil ich vielleicht ein Schmuck eingebaut habe. Ich dille, die ich nicht schon, die ich nicht schon festein habe. Aber es passt sich Ihren. Ich bin in der Mitte. Ich bin hier offen. Ja, okay. Ich hör's, Liga. Hol sie sich zu Stürmel, ne? Ey, so viel Spaß. Ich hab's nicht verstanden, ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden, aber ich hab's nicht verstanden. Ey, Alex und Dix nicht mehr zusammen. Ja, Melissa. Ich weiß. Wer hat Schluss gemacht? Melissa. Alex und Melissa sind nicht zusammen. Ja, ja. Was? Ja, sind die nicht mehr. Ja, weißt du wer von denen, Alisa? Ich frag dich und ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, wer denn? Melissa hat Schluss gemacht. Oh, Digger. Alisa, Melissa hat Schluss gemacht. Ja. 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 Ach, Digger. Ja, ich hab gar nicht drauf geachtet, entschuldige. Ist, ist, ist. Ja. 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 Ich hab alles gebeten. Ich hab alles... Ich hab alles gebeten. Jawohl, nur. Oh, nur nur. Nein. T- Oh, nur. Oh, nur. Hä? Hä? Weil wir lagst? Ich schwööre, wenn wir lagst, kann gar nichts machen. Achso, ich dachte schon, die gar nicht. Ey, jetzt dachte ich. Wenn wir mal komplett verlockt, kommen wir lag. Es ist irgendwie draußen, mal gehen wir schon. Ich bin nur mal gegen dich gefahren, ne? Ich muss gegen dich gefahren, bitte. Äh. Äh. Wie? 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 Nein, schaffen wir noch. Schaffen. Schaffen. Schönen Sinn. Alles geplant. Ah, schade. Ich wollte schon sagen, alles geplant. Nein! Ey, ich komme so in 1-2 Stunden wieder. Tschüssi. Lutscht. Das hatte ich nichts anzugehen. Nein.